Wir können zwar alle, jeder für sich sagen, ich ändere jetzt Folgendes an meinem Kommunikationsstil, aber am Ende finden wir auf Plattformen statt, die kapitalistisch funktionieren und damit immer Zuspitzungen, Populismus, oft leider auch Desinformationen fördern werden. Und ich glaube, da müssen wir anfangen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast näher vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar? Das fragen Koro sich auch und denken deshalb Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Spätsommerzeit ist bei uns immer Grillzeit und auch da wird man bei Koro füllig. Deswegen habe ich bei meiner letzten Bestellung ordentlich was für einen Grill bestellt und das könnt ihr auch Bio-Bratwurst, Tofu-Bratwurst, Grillzange, Soßen, all das gibt es auch bei Koro. Für eure nächste Bestellung gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code Hotel Matze, das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Mai Thi Nguyen Kim. Mai Thi Nguyen Kim ist Wissenschaftskommunikatoren. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt ihre MyLab-Videos auf YouTube, in denen sie Wissenschaft verständlich erklären. Und das macht sie auch im Fernsehen in ihrer Show Mai Think X. Sie ist Autorin von zwei Bestellern, promovierte Chemikerin und seit Corona eins der Gesichter der Wissenschaft. Wir sprechen über das Wunder und die Grenzen der Wissenschaft, über die Verantwortung von Medien und Wissenschaft. Es geht um Puzzle, Elefanten und die Informationskrise. Was ist Force Balance und was sind die Sorgen, die sich Mai Thi gerade macht? Wir reden über religiöse Momente, Urlaub mit dem Kind, Glück und ihre Zeitrechnung. Vor allen Dingen wollte ich von ihr, der Wissenschaftskommunikatorin, wissen, was kann man wissen? Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Mai Thi Nguyen Kim. Ich habe ein bisschen natürlich einen Podcast gehört, wo du so warst und einen Podcast, den ich gehört habe, Rise and Shine, da warst du Anfang des Jahres und da hast du dich auf den Urlaub gefreut. Und ich fragte mich, ist es zu dem Urlaub gekommen? Sehe ich da, blicke ich in ein erholtes Gesicht? Oder ist es nicht dazu gekommen? Ich kann es nicht sehen. Siehst du nicht, wie erholt ich aussehe? Ja doch, es kam zu dem Urlaub. Wir waren zu dem ersten Familienurlaub, seit wir eine kleine Familie sind. Also ich habe kurz vor Pandemie-Einbruch in Deutschland, also Anfang 2020, haben wir eine Tochter bekommen und waren jetzt im Sommer 2022 zum ersten Mal zusammen im Sommerurlaub. Weil wir irgendwie vorher nie wussten, klappt das, klappt das nicht und war auch irgendwie so viel los und jetzt waren wir in Holland am Meer und in der Schweiz meinen Bruder besuchen. Also ihr wart zu dritt dann unterwegs? Genau. Ich war, also mein Sohn ist neun und der erste Urlaub oder die ersten Urlaube, an die ich mich erinnere, die waren sehr, sehr kompliziert, weil wir uns komplett neu einstellen mussten, weil wir ganz, ganz viele Sachen mitnehmen mussten, die wir vorher nicht mitgenommen haben. Oh Gott, ja. Und wir waren in Kroatien, erinnere ich mich, und haben überhaupt nicht bedacht, dass es steinig ist und nicht sonderlich schattig und das war, wir waren kurz vor, wir wollen wieder nach Hause. Also es hat ein bisschen gedauert, um uns darauf einzustellen. Wie ist euch das gelungen? Ja, es hat, das Packen hat wirklich unglaublich lange gedauert. Also ich habe mir irgendwann, was ich sonst nie mache, zum Packen wirklich eine Liste geschrieben. Also es gibt ja vielleicht Menschen, die das gerne machen, aber da habe ich gedacht, ich kriege das gar nicht alles zusammen. was muss man dann alles denken und wir hatten aber jetzt tatsächlich das Glück, dass es extrem entspannt war im Urlaub, weil wir hatten also ein ganz kleines Häuschen auf dem Sandstrand in Holland, also bei Den Haag, es war total schön und die Kleine hat eigentlich von morgens bis abends irgendwie im Sand gespielt. Das heißt, man konnte morgens schon einfach einen Sonnenschirm aufstellen und dann hat sie sich einfach alleine beschäftigt und wir hatten noch nie so viel Zeit, um, ja, also noch nicht mal für uns, aber einfach Zeit, die man nicht damit verbringt, ständig das Leben dieses Kindes zu retten. Also wir waren zum Beispiel, auf dem Hinweg waren wir ein paar Tage in Amsterdam und auch so ein bisschen Städteurlaub zu machen. Das war wunderschön, aber extrem stressig, weil natürlich nicht nur Autos, die ganzen Fahrräder, das ist ja ganz toll, so wunderbare Fahrradstadt, aber unglaublich gefährlich, weil wenn so ein kleines Kind die ganze Zeit überall hinrennen will, dann die wunderschönen Kanäle, die aber auch so mittelgut gesichert sind für so zweijährige Kinder, wo sie auch immer sehr nah am Start mit sagen, oh Gott, oh Gott, muss nicht reinfallen. Und dann war es wirklich extrem entspannt im Urlaub, wo man einfach die ganze Zeit einfach nur chillen konnte, ohne ständig aufzupassen. Kannst du das gut, also kannst du dann gut so abschalten und sagen so, ich bin jetzt, ich denke jetzt nicht an Zahlen, an Fakten, an irgendwas, was zu Hause sein könnte oder das, was kommt. Also man richtet sich ja selbst, also Menschen wie du und ich ja so Sachen an, indem man sagt, ja, da habe ich, habe ich voll Bock und dann muss man es ja auch machen. Also bist du dann raus? Ich kann das sehr gut. Ich glaube, das ist eine meiner Superpowers, dass ich dann tatsächlich abschalten kann, ich glaube, ich kann mich generell ganz gut konzentrieren, sei es jetzt auf die Arbeit, aber auch, ja, es klingt jetzt komisch, sich auf einen Urlaub zu konzentrieren, aber letztendlich ist das das, ja. Also andere würden es vielleicht Achtsamkeit nennen, aber ich kann mich dann sehr gut auf diesen Moment auch konzentrieren und alles andere loslassen. Ich habe auch, bin sehr gut darin, mein Handy wegzulegen und ich glaube, dass, ja, diese Fähigkeit hilft mir sehr bei, bei meinem, ja, bei meinem doch sehr turbulenten Beruf und beziehungsweise meinem Privatleben drumherum, dass ich dann nicht den Verstand verliere dabei. Und hast du denn sowas wie, nutzt du sowas wie Auto-Replies und sagst, musst du vielen Leuten vorher Bescheid sagen, musst du sagen, also wie vielen Leuten musst du Bescheid sagen, ich bin jetzt mal weg? Ja, da habe ich eine schöne Entwicklung durchgemacht, dass ich war ja von Anfang an, war ich freiberuflich, also ich komme ja ursprünglich aus der Wissenschaft und habe dann, war halt, seit ich arbeite, also mal abgesehen von der Doktorarbeit, da arbeitet man ja auch und ist auch Angestellter an der Uni, aber seitdem war ich halt nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis, sondern immer frei und, ja, selbst und ständig, ne, man kennt es. Kenne ich. Und da hat es mir wirklich, da hatte ich nie so richtig Urlaub, also auch irgendwie selbst verschuldet, weil ich mir dann zwar schon zum Beispiel eine Away-Message eingerichtet habe, weil ich meine E-Mails und mir immer eingebildet habe, dass es ja total toll ist, so frei zu sein, weil man jederzeit, man muss keinen Urlaub einreichen, man muss einfach nur eine Away-Message einrichten, aber am Ende wird man ja dann doch erreicht und irgendwie muss man sich dann um alles kümmern und falls man es nicht tut, dann wird man ja nach dem Urlaub dann völlig erschlagen. Dann hatte ich, dann war das noch eine Zeit, als ich sehr regelmäßig YouTube-Videos hochgeladen habe und auch den Druck verspürt habe, das beibehalten zu müssen, weil man, ja, YouTuber werden es nachvollziehen können und immer Angst hatte, man würde sonst an Sichtbarkeit in diesem Algorithmus verlieren, sodass ich auch oft im Urlaub irgendwelche Sachen gefilmt habe und dachte, das ist doch super, ich bin jetzt hier in einer neuen Umgebung, nicht immer zu Hause in meinem Zimmer, kann jetzt hier auch mal Schnittbilder von Bergen und Meer aufnehmen und ja, weil das natürlich auch alles so viel Spaß macht, habe ich das auch nicht unbedingt immer als Arbeit so wahrgenommen, aber jetzt im Nachhinein denke ich ja, das war schon nicht so gesund und seit zwei Jahren, also 2020 habe ich ein ganz tolles Management gefunden, liebe Grüße an Konstanze und Thiem, die meine Lebensqualität wirklich um ein Vielfaches erhöht haben, weil sie mir jetzt ganz viele, ganz viel organisatorische Arbeit, auch ganz viel Mental Load abnehmen und natürlich dann auch mir echte Urlaube ermöglichen, weil jetzt muss ich mir nicht mehr viel Gedanken machen, ich habe jetzt auch eine Away-Message, aber da weiß ich, ich muss mich jetzt wirklich um gar nichts kümmern und muss auch gar nicht mal rein, gar nicht erst reinschauen und ja, das ist unglaublich viel wert. Und das heißt, dass du das, was du machst, als Arbeit begreifst, ist dann auch erst seit zwei Jahren so, dass du sagst, nee, das ist Arbeit und davon muss ich mich auch mal erholen? Ja, so richtig bewusst, auch emotional bewusst ist es mir tatsächlich erst seit meiner Tochter, denn meine Arbeit ist schon sehr cool. Ich wüsste auch nicht, was man daran verbessern könnte. Also wenn du mich jetzt fragst, was könnte anders sein, dann würde ich sagen, ja, eigentlich nichts, das ist also die beste Arbeit, die ich mir vorstellen kann und ja, also ich glaube, ich war, gleichzeitig war ich auch schon immer ein großer Familienmensch, so ist es nicht und ich glaube, der springende Punkt bei meiner kleinen Tochter ist, dass so ein Kind so wahnsinnig schnell aufwächst und die Vergänglichkeit der Zeit, weißt du, die, du hast die Vergänglichkeit der Zeit irgendwie personifiziert durch, durch so ein Kind und ich, es fühlt sich wirklich an, als würde, ich kann es fast schon fühlen, wie dir die Zeit durch die Finger rinnt. Also zwei Wochen vergehen und das Kind ist ein völlig neues. Jeden Tag schaue ich mir, ich habe, ich habe alle meine Fotos und Videos in so einer Cloud gesichert, die bestehen zu, die bestehen zu 90 Prozent aus meiner Tochter und jeden Tag um 12 Uhr schaue ich mir die Rubrik an, an diesem Tag vor einem Jahr und an diesem Tag vor zwei Jahren und das ist halt so ganz bittersweet, weil ich immer denke, oh krass, dieses Kind, dieses kleine Kind, das, das gibt es nicht mehr, das kommt nie wieder. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die sehr vieles in meinem Leben so neu priorisiert hat, also nicht nur, dass ich, unglaublich, dass es nichts Wertvolleres gibt, als Zeit mit ihr zu verbringen, sondern man kriegt dadurch auch einen neuen Blick auf die eigene Zeit und das eigene Leben und Bewusstsein dafür, dass ja auch, ich mag mich vielleicht nicht so sehr verändern wie sie, aber auch diese, jede Zeit, die ich jetzt habe, kommt ja auch so nicht wieder und ich glaube, das hat mir einfach ein gesünderes Verhältnis zu meiner Arbeit gegeben. Meistens ist ja das, was man Arbeit nennt, hat ja sehr viel mit Planen zu tun, also auch in die Zukunft planen, den Terminkalender planen und so weiter und so fort und versuchen, dass man das irgendwie kontrolliert kriegt. Du hast von deinem Management gesprochen. Hat sich durch diese neue Aufmerksamkeit auch das Gefühl verändert, deine Zeit überhaupt managen zu können? Ja, es kam ja jetzt sehr viel zusammen in den letzten zwei Jahren. Einmal diese nochmal explodierte Aufmerksamkeit, die ja schon vor der Pandemie, finde ich, für jemanden wie mich, die über Wissenschaft spricht, schon höher war, größer war, als ich es je erwartet hätte. Und dann ist es halt wirklich eskaliert, explodiert. Dann diese große private Umstellung mit dem Mutterwerden, aber auch dann diese wahnsinnige Unterstützung, Erleichterung durch das Management. Es kam eben alles zusammen. Und erstaunlicherweise unterm Strich komme ich gerade besser klar mit der Organisation und allem, aber eben, weil ich die Hilfe habe und die Unterstützung habe. Und hast du versucht, aber am Anfang das zu kontrollieren und lässt das jetzt so ein bisschen los? Also das versucht man ja immer, also auch so, wenn man Aufmerksamkeit sozusagen zu viel kriegt oder zu viel Arbeit und so weiter. Also man versucht es ja zu managen eigentlich, also so kenne ich das zumindest. Und auch damit zu kontrollieren. Und irgendwann merkt man ja aber eigentlich, also gerade in so einem Fall, wie es bei dir ist, es ist so groß, man kann es eigentlich nicht mehr kontrollieren. Bei mir hat das eher ausgelöst, also seit die Aufmerksamkeit auf mich so groß ist, merke ich, dass ich immer weniger das Gefühl habe, ich müsste jetzt unglaublich viele Sachen machen. Darunter habe ich zuvor sehr gelitten, also unter einer gewissen FOMO, also Fear of Missing Out, denn gerade nicht nur, weil ich meine Arbeit liebe, sondern auch, weil ich ja so sehr davon überzeugt bin, dass es eine wichtige Arbeit ist und dass es wichtig ist, über Wissenschaft zu reden, über Wissenschaft aufzuklären. Und es gibt so viele tolle Projekte. Und das war immer ganz schwierig für mich, dann aus Zeitgründen einfach abzusagen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt in meinem Mindset dann doch etwas geändert, wo ich weiß, okay, die Aufmerksamkeit ist so groß, dass man so ein bisschen auch die Lust daran verliert, ständig im Mittelpunkt zu stehen. Und es ist jetzt vielmehr so, dass ich eine, in meinem Kopf eine Default-Einstellung habe, dass ich sage, ich habe meine Standardsachen, ich habe MyLab, ich habe Terra X, ich habe MyThink X, das ist schon mehr als genug. Und meine Default-Einstellung ist, das war's, mehr mache ich nicht. Und nur, wenn irgendetwas ganz Besonderes daherkommt, wo ich sage, da kann ich jetzt nicht widerstehen, wie zum Beispiel Hotel Matze, dann mache ich das. Ja, aber sonst grundsätzlich ist es so, der Default ist Nein. Und das finde ich sehr befreiend. Und ich glaube, das wurde katalysiert durch diese extreme Aufmerksamkeit, weil man natürlich, ja, man hat genug. Es ist einfach, jeder weitere Auftritt in der Öffentlichkeit ist eigentlich schon so ein bisschen zu viel, weil ich denke, ich habe eh schon, ich bin, es ist eh schon so viel, wie ich jetzt auch als privater Mensch irgendwie auch, ja, ich will nicht sagen, aushalten kann. Aber doch, also ich kope damit, also ich gehe, ich gehe damit eben so um, dass ich, ja, Stichwort Handy weglegen, mich immer, wenn ich dann halt nicht arbeite, auch überhaupt nicht mit mir beschäftige oder was, Leute sagen, schreiben und mich einfach sehr ins Private zurückziehe und das halt einfach auch sehr genieße. Super, dass du das kannst. Und musstest du dieses Default, musstest du das üben oder ist das auch eine deiner Super Power Kräfte, dass du sagen kannst, ich weiß das jetzt, ich habe, also das ist ja so, es gibt ja, ich glaube, begreifend tun das ja sehr viele. Also wir wissen das, das ist nicht gut, mein Kind ist neben mir und ich gucke aufs Handy. Und dennoch können das ja ganz viele oder dieses Fear of Missing Out, ja, ich weiß, dass Fear of Missing Out ist und trotzdem, das ist doch echt eine super Möglichkeit, auf dieser Party zu tanzen und so weiter und so fort. Musst du das üben oder ist das auch, kannst du das einfach? Nee, ich musste das vorher üben und ich, also ich wurde, glaube ich, auch langsam immer besser. Aber so richtig gut ist es tatsächlich auch erst seit dem Muttersein, weil ich es mir, also vorher war es eher so, dass ich immer mit mir selbst quasi reden musste oder das selbst rationalisieren musste und so, pass auf, du weißt doch, du weißt doch, dass es nicht gut ist. Also sei doch mal vernünftig, so musste ich quasi mit mir selbst reden. Und jetzt ist das so leicht geworden, weil das nicht nur rational, sondern auch emotional so ist, dass ich so denke, ja, das mag vielleicht nicht jeder jetzt nachvollziehen oder nicht jeder kann sich jetzt in meine Situation reinversetzen, weil ich sitze hier gerade mit meiner Tochter und die zeigt mir jetzt zum zwanzigsten Mal ihren Bauklotzturm und das finde ich besser als alles andere, was jetzt passieren könnte, weil ich einfach um diese Vergänglichkeit weiß, also weil mir die einfach nicht nur rational, sondern auch emotional zu jedem Zeitpunkt bewusst ist und ja, es muss schon gute Gründe geben, mich da rauszuholen und ja, das ist ganz typisch, glaube ich, generell für alle menschlichen Entscheidungen. Wenn man es nur rational weiß, braucht man sehr viel Disziplin, es ist sehr schwierig, mich da wirklich eine große Veränderung in seinem Leben zu kriegen. Also am Ende sind es dann doch so die Emotionen, die einen ja dann so richtig mitreißen oder die etwas Großes bewegen. Vor mir sitzt ja eine Chemikerin, hast du das gemerkt in dir drin, also hast du auch Prozesse gemerkt, wo du gemerkt hast, hier verschiebt sich gerade was, also wenn du dich mal selbst sozusagen mit mir ins Labor begibst und dich einmal so anguckst, also hast du gemerkt so, ey, ich bin irgendwie ganz anders, was passiert da in mir drin? Hast du das festgestellt? Ja, also ich sag mal so, gerade weil ich Chemikerin bin ich, überanalysiere ich jetzt keine Emotionen, weil ich weiß, dass man das eh nicht hinreichend sachlich beschreiben kann. Also die meisten biologischen Prozesse und alles, was mit Emotionen zu tun hat, erst recht sind so komplex, dass wir nur einen Bruchteil bisher nachvollziehen können und insofern, das befreit mich auch wieder, dass ich einfach Emotionen einfach nur so wahrnehmen kann, aber was natürlich an sich eine Schwangerschaft, das Entstehen eines neuen Lebens und auch so das Beobachten eines Kindes, das ist, glaube ich, für jede Wissenschaftlerin, für jeden Wissenschaftler einfach ein großer wissenschaftlicher Spaß. Also zum Beispiel, ich hab, also ich hab die Kleine anfangs gestillt und fand diesen Gedanken einfach so abgefahren, dass jedes Atom ihres Körpers von mir kommt. Also erstmal ist sie in mir gewachsen, das heißt, jedes Atom so ist entweder von mir oder etwas, das ich zu mir genommen habe und dann in einem Stoffwechsel umgebaut wurde in Baby und ja und natürlich auch in der Zeit, in der sich ein Baby nur von Muttermilch ernährt, ist halt jedes, jedes Gramm an ihr hab ich gebaut. Ja. Und das sind dann schon so Gedanken, mit denen man als Wissenschaftlerin dann schon sehr viel Spaß hat. Darüber, herrlich, dass wir sprechen, weil darüber habe ich natürlich noch nie nachgedacht, aber es leuchtet mir natürlich ein, dass wenn ich jetzt in Zukunft eine Mutter sehe, die im Kind steht, ich einfach so denke, nur du baust das gerade eigentlich. Es ist lustig, mein Mitarbeiter Lars Dittrich, liebe Grüße, also er hat zur selben Zeit ein Kind bekommen wie wir, sein zweites allerdings und er und seine Frau sind auch Wissenschaftler. Und das war ganz lustig, weil wir beide, also sowohl Eva, seine Frau, auch ich, den exakt gleichen Gedanken hatten und sie dann nostalgisch war oder so ein bisschen nostalgisch war an dem Tag, wo sie angefangen haben mit Beikost. Man sagt, oh, das ist jetzt der Tag, wo nicht mehr jedes Atom in diesem Körper von mir kommt, sondern von dieser, von diesem Möhrenpüree. Von dieser Welt, von irgendjemand anders, der das gebaut hat. Also es ist letztendlich, wenn man schon in so einer, wenn man schon so eine Nerd oder eine naturwissenschaftliche Brille auf hat, sind manche Gedanken halt ganz naheliegend. Das ist auch immer ganz schön zu sehen, ja, wenn sich so Nerd-Connections aufbauen. Bei dir ist das ja quasi in die Wiege gelegt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wissenschaftlich fundiert ist, was ich gerade sage, aber dein Vater ist auch Chemiker, dein Bruder ist auch Chemiker, woher kommt diese Begeisterung innerhalb der Familie für Naturwissenschaft und speziell für Chemie? Für mich, und ich spreche wahrscheinlich jetzt für alle Naturwissenschaftler, also oder vielleicht sogar für alle Wissenschaftlerinnen da draußen, ich finde es immer strange, also eigentlich die richtige Frage müsste sein, warum interessierst du dich eigentlich nicht für Naturwissenschaften? Ich war sauschlecht in Chemie, ich war so schlecht in Chemie, du kannst es dir nicht vorstellen. Nein, also da das jetzt mein Job ist, das zu vermitteln, kenne ich auch viele der Antworten, aber eigentlich ist es doch, gerade wenn man jetzt Kinder anschaut, diese Neugier zu verstehen, wie funktioniert etwas? Die Neugier auch, wie funktioniere ich eigentlich? Wie funktioniert mein Körper? Wie funktioniert dieser wahnsinnige Sternenhimmel, den ich da sehe, wenn ich nachts rausgucke? Das ist schon, glaube ich, etwas Grundmenschliches, kann man ja auch historisch nachvollziehen, dass sich die Menschen das schon immer gefragt haben und viele Antworten oder die Suche nach der Antworten liegen eben in den Naturwissenschaften. Und ich glaube, das, was eben viele davon abbringt, meistens in der Schulzeit, sind eben so unglaublich trockene, abstrakte, zum Beispiel Chemieunterrichte, dieses Wundern der Natur und dass sich Fragen vielleicht so ein bisschen kaputt machen durch, oh, das ist jetzt irgendwie total kompliziert und abstrakt und vor allem, ich verstehe es nicht. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn man dann quasi der Chemie oder einer Physik den Rücken zukehrt. Und ich glaube, mein Vorteil war, dass mein Papa, der ja Chemiker ist, dass das nie so typisch, ja, Chemie war für mich, ich glaube, ich hätte es damals gar nicht als Wissenschaft oder so bezeichnet oder wahrgenommen, weil das viel mehr so eine Art Lebenswissen war, so schien es mir zumindest. Also mein Papa konnte immer auf alle Warum-Fragen, die so Kinder haben, sehr gut antworten. Mein Papa kann auch sehr gut kochen. Also nicht nur kann, also meine Eltern können beide sehr gut kochen. Nur meine Mama macht das in erster Linie aus Liebe heraus und findet es aber trotzdem, ich glaube, das ist trotzdem halt eine Anstrengung für sie, die sie halt gerne aufnimmt für ihre Liebsten. Und bei meinem Papa ist das halt wirklich auch eine Leidenschaft. Er würde das auch einfach so machen, nur für sich kochen, weil er darin richtig aufgeht. Und ja, das konnte auch immer alles erklären, chemisch, warum wird jetzt die Soße dick? Was passiert jetzt hier und da? Und auch sein Spruch war, alle Chemiker können gut kochen und wer nicht gut kochen kann, ist auch kein guter Chemiker. Und das ist, glaube ich, eine Verbindung, eine ganz frühe Assoziation mit Chemie, die die wenigsten haben, weil die allermeisten verstehen unter Chemie im coolsten Fall Explosionen und Drogen kochen. Das ist das coolste Klischee. Aber das Uncoolere, was dann viel mehr haben, ist halt giftig, unnatürlich und so weiter. Und dass Chemie natürlich alles ist, was irgendwie mit Molekülen zu tun hat, und also alles, was irgendwie auf der Welt, also alles, was mit Materie auf dieser Welt zu tun hat, ist natürlich Chemie und Kochen natürlich auch. Und wenn man so eine schöne und auch, ja, haptische Assoziation hat, dann hat man natürlich von vornherein einen anderen Zugang. Und ich glaube, das war am Ende auch der springende Punkt, den mich zu einem Chemiestudium bewegt hat. Denn mein Chemieunterricht war auch jetzt nicht super inspirierend. Ich hatte tatsächlich auch Physikleistungskurse und Chemie. Ja, aber ohne meinen Papa wäre ich, hätte ich wahrscheinlich Physik gemacht. Aber durch ihn hatte ich halt immer diesen, hatte ich sehr früh die Erkenntnis, dass Chemie unglaublich alltagsnah und ganz anwendungsnah ist und sehr weltnah ist einfach. Es gibt ja aber auch schon ein paar Menschen, würde ich sagen, die sagen, naja, also mein Papa oder meine Mama, die machen das und das machen die auch ganz gut, aber ich will auf jeden Fall nicht das machen, was die machen. Ich will auf jeden Fall was komplett anderes machen, weil man sieht ja nicht nur die schönen Seiten von etwas, sondern ja auch die doofen Seiten. Man sieht ja auch, wie anstrengend das ist, wie man vielleicht da ist oder dass man sich nur um den Job dreht und so weiter und so fort. Gab es für dich außer, ich meine, du hast gerade Physik genannt, das große andere, also gab es für dich so was wie eine Art Rebellion? Also wenn man sich so ein bisschen durchliest, Stepp-Tanz-Klavier-Unterricht und mit Papa kochen, es hört sich sehr unrebelliös, wenn es das Wort gibt, an. Ja, ich war eher von außen schon wahrscheinlich eher so die Musterschülerin immer gewesen. Ich bin aber auch von innen einfach eine totale Streberin und stehe auch voll dazu. Also ich lerne einfach sehr gerne. Das war tatsächlich in der Schule schon so. Das ist bis heute noch so. Deswegen habe ich eigentlich auch den perfekten Job. Voll. Ich habe tatsächlich, als mein Bruder dann auch noch, mein älterer Bruder auch noch angefangen hat, Chemie zu studieren, wollte ich allein deswegen eigentlich nicht Chemie studieren. Also das gab jetzt keinen rationalen Grund. Es war jetzt nicht so, dass ich bei meinem Papa gesehen hätte, ja, dass er irgendwas daran auch nicht mag, sondern es war eigentlich immer ganz klar, dass Chemie ganz toll ist. Aber ich dachte so, ich kann jetzt nicht auch noch Chemikerin werden. Ich hatte schon so den Wunsch, ein bisschen individueller zu sein. Aber ja, am Ende war es dann doch die Chemie. Also ich habe sowieso, ich hätte mir vieles vorstellen können grundsätzlich. Und mein Lieblingsfach in der Schule war, man wird es nicht glauben, Deutsch. Und das war aber schon so, dass ich nie, das stand gar nicht zur Debatte. Ich kann ja jetzt nicht Germanistik oder meinetwegen auch Literatur, Wissenschaften oder was ähnliches studieren, weil ich hatte schon das Grundverständnis, man muss ja was Gescheites machen. Ja. Ich hätte auch nie was mit Medien gemacht übrigens. Weil es nichts Gescheites ist. Damals noch zu vernünftig. Und was macht deine Mama oder was hat die gemacht? Meine Mama war Hausfrau. Ja, die war zu Hause und genau, hat sich um uns gekümmert und war so zwangsgebildet. Hat natürlich auch immer viel über Chemie, vor allem als wir beide dann im Studium waren, mein Bruder und ich, da wusste sie auch alles über Protokolle und Praktikum und alles Mögliche. Aus Versehen mitgebildet. Unfreiwillig. Unfreiwillige Bildung. Unfreiwillige Bildung, ja. Was würdest du sagen, welche Denkstruktur braucht man als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin? Was ist da vielleicht anders als bei anderen Menschen? Naja, um jetzt bei dem Beispiel mit dem Stillen zu bleiben. Ich glaube, was man braucht, ist die Fähigkeit, alltäglichste Dinge immer wieder mit frischen Augen zu sehen. Also, dass man irgendwie, ich stille jetzt zum Beispiel zum, weiß ich nicht, zum hundertsten Mal dieses Kind und habe dann plötzlich so eine Art Eingebung, dass ich das wie von außen betrachte, zum ersten Mal denke, krass, was passiert hier eigentlich? Ich glaube, gerade bei Kindern können das ganz, ganz viele auch nicht Wissenschaftler nachvollziehen. Zumindest höre ich das überall, dass, ja, wenn man selbst ein Kind im Bauch hat oder auch Vater wird, dass man sich denkt, Och, krass, wie kann das sein? Da wächst gerade ein Mensch. Das ist ja unglaublich. Dabei ist es natürlich einer der natürlichsten Dinge. Auf jeden Fall, ja. Also, weil, ja klar, natürlich pflanzen wir uns fort. Das ist der einzige Sinn des Lebens quasi, so biologisch gesprochen. Aber diese Fähigkeit, sich dann darüber fast schon den Verstand zu verlieren, weil das so krass ist, das hat man, das habe ich regelmäßig mit allen möglichen Dingen. Ich glaube, was man auch, glaube ich, gut nachvollziehen kann, für alle, die keine Kinder haben, einfach der Nachthimmel. Wenn man irgendwie in die Sterne schaut und ab und zu dann diese Erkenntnis hat oder sich daran erinnert, dass man gerade auf so einer kleinen Erde steht, die durch das Weltall rast und dass es da draußen noch ganz viele andere Galaxien gibt und diese Sterne, glaube ich, weit weg sind. Und diese plötzliche Demut und dieses Gefühl, ganz klein zu sein, ja, was einerseits demütig macht, aber gleichzeitig auch ein wahnsinnig tolles Gefühl ist und vielleicht sogar ein, ja, vielleicht sogar welchen alltäglichen Stress, den man gerade hat, vielleicht auch so ein bisschen vergessen lässt in dem Moment. Diese, das ist dieses Mindset, glaube ich, dass man, dass man für Wissenschaft braucht. Und dann ist es natürlich dieses, ja, klassischerweise oder vielleicht auch so klischeehaft, dass man eben natürlich sehr rational ist. Ich würde nicht behaupten, dass wir alle super unemotional sind, weil das sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen. Man kann ja gleichzeitig logisch und trotzdem emotional sein, denn es ist ja nicht alles rational auf dieser Welt. Aber ja, es ist schon so, dass man dann Spaß hat an kritischem, logischem Denken, dass man vielleicht auch einfach Spaß daran findet, sich selbst auch immer wieder in Frage zu stellen, sich gerne auch in hypothetischen Gedankenspielen verliert. Ja, und ich glaube, ein Spaß an Komplexität. Also das ist, glaube ich, etwas, das vielleicht auch eher untypisch ist, weil man normalerweise, wenn man eine Frage hat, möchte man eine klare Antwort haben. Ja. Und ich glaube, so kommt man nicht weit in der Wissenschaft. Also man muss in der, wenn du Wissenschaftlerin sein willst, musst du eigentlich, wenn du merkst, oh, das ist aber viel komplizierter, als ich dachte, da musst du leuchtende Augen kriegen. Wenn du merkst, oh, das ist gar nicht schwarz oder weiß, da gibt es ganz, ganz viele Grautöne zwischendrin, die will ich jetzt alle erforschen oder versuchen nachzuvollziehen. Das ist so der wissenschaftliche Spirit. Habe ich das richtig verstanden? Also das Erste, weißt du, es ist eigentlich so, die Welt viel, viel größer zu sehen, so scheint es mir gerade. Also sozusagen, dass du auch einen ganz anderen Maßstab hast, sowohl im Großen, wenn du jetzt irgendwie dich in der Welt vor Ort ist, aber auch, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir ein Labor vorstelle und da ist ein Mikroskop und dann schaut man so durch und dann ist was ganz Kleines ja auch was ganz, ganz Großes. Ja. Habe ich das richtig verstanden, also dass das dann dieses Maßstabdenken unter Umständen ein anderes Denken ist, als ich das wahrscheinlich habe als Nichtwissenschaftler? Ja, ich glaube, es entsteht durch Kontext, wenn man sich selbst eben in den Kontext dieser großen Welt setzt, sei es jetzt das große Universum oder die vielen Moleküle und Atome und Teilchen, die wir gar nicht sehen und insofern auch quasi unsichtbar sind für uns oder nicht erfahrbar, wenn man versucht, sich das doch erfahrbar zu machen, sichtbar zu machen, vor Augen zu führen, dann wird ja, dann wird die Welt größer, das stimmt. Und dieses Diskutieren mit sich selbst, mit dem Komplexen, gibt es Momente für dich, wo dir das zu anstrengend wird? Also wo du merkst, boah, jetzt leck mich, also das eine ist, ich verstehe das, also ich kenne auch den Drang nach Vereinfachung und weiß aber, dass auch Vereinfachung sehr, sehr schwierig ist und dass es sowieso nicht geht. und dann umarme ich das Komplex und sage, es ist ja voll super, dass wir Menschen so komplizierte Wesen sind und dann denke ich mir manchmal, oh, muss es denn so kompliziert sein? Können wir nicht ein bisschen hier, wenigstens hier an dieser Stelle. Kennst du das? Oder bist du eine? Jein. Okay. Jein, also, nee, ich finde es eigentlich immer, immer cool, wenn es komplex wird. Aber jetzt, wenn wir jetzt in mediale und öffentliche Debatten gehen, dann gibt es natürlich immer wieder so Scheindebatten oder, ne, wo man irgendwie, sagen wir, um es jetzt mal einfach zu machen, wir haben jetzt einen Fakt, wie der Klimawandel ist Menschen gemacht und dann kommt halt immer wieder, immer wieder jemand dahin und sagt, ja, ist es denn so? Und macht das dann dadurch quasi kompliziert. Und das, da kriege ich natürlich die Krise, weil, das ist jetzt wirklich Zeitverschwendung. Das haben wir doch jetzt geklärt. Es gibt doch so viele andere Komplexitäten und Unsicherheiten. Darüber können wir doch reden. Aber nicht, aber jetzt nicht irgendwie rückwärts gehen oder stehen bleiben, sondern irgendwie, wenn wir schon streiten, diskutieren, dann bitte vorwärts schreiten und nicht irgendwie auf der Stelle oder rückwärts. Und deswegen Jein. Also, das heißt, okay, das heißt du die, also, solange es zukunftsorientiert ist, dann ist es okay. Nicht unbedingt zukunftsorientiert, aber… Oder jetzt orientiert auch, kannst du auch im Moment orientiert. Also, letztendlich, das Schöne bei der Wissenschaft, das ist manchen vielleicht gar nicht so bewusst oder sehen, viele sehen es vielleicht gar nicht so, dass Wissenschaft eigentlich um einen, immer um einen Konsens, einen neuen Konsens ringt. Also, man sucht eben die, also, das ist ganz grundlegend anders als Debatten, die politisch, gesellschaftlich, emotional, ideologisch und so weiter sind. Da geht es oft darum, Standpunkte zu verteidigen. Und in meinen Augen ist es in der Wissenschaft grundsätzlich anders, dass man sagt, wir haben einen bestimmten, einen bestehenden, ja, Stand des Wissens. Das ist der aktuelle Konsens. Und vieles davon wissen wir zum Beispiel nicht. Und viele Fragen sind noch offen. Und die erforschen wir. Und gerade bei neuen Fragen stoßen wir auf widersprüchliche Erkenntnisse, die vielleicht, ja, vielleicht auch nur auf den ersten Blick widersprüchlich sind. Ich bin hier im Labor, ich forsche hier in einem kleinen Puzzleteil und dann kommen wir zusammen, wir legen unsere Puzzleteile zusammen, wir gleichen die ab, wir streiten uns. Aber das Ziel ist es, den aktuellen Stand des Wissens zu erweitern. Manchmal kann es sogar vorkommen, es ist nicht oft, aber historisch haben wir das schon immer wieder gehabt, dass es sogar Paradigmenwechsel gibt. Dass wir sagen, oh krass, alles, was wir bisher wussten, ist irgendwie ganz anders. Wir haben jetzt eine neue Theorie gefunden, die alles, was wir beobachten können, noch besser beschreibt. Und dann wird nochmal alles umgeworfen. Aber das Ziel ist eben immer, sich am Ende auf einen neuen Konsens zu einigen. Und das finde ich das Tolle, das ist auch das Konstruktive an Wissenschaft. Deswegen, ja, man kann sagen, in die Zukunft gedacht, also voran, also vorwärts streiten, aber auch ganz grundsätzlich, dass man sagt, das Ziel ist es zu sehen, wo können wir ein konsistentes Bild schaffen? Wo sind vielleicht auch die Überschneidungen zwischen unseren beiden konträren Ansichten? Denn da, wo wir uns alle überschneiden, das ist ja schon mal interessant, weil das scheint ja dann wahr zu sein. Dieses Teil, diese Überschneidung, die können wir jetzt hinzufügen zu dem Konsens, der dann immer größer wird. Das heißt, es geht eigentlich immer um einen immer größer werdenden Konsens? Ein größer, ja, ein immer, also, ja, man kann einerseits, wenn wir jetzt versuchen, in Bildern zu sprechen, sagen, wir legen immer mehr Puzzleteile ins Puzzle. Aber es ist auch tatsächlich so, dass wir vielleicht auch grobe, große Puzzleteile ersetzen, durch ganz feine, kleine, wo wir neue Details erkennen, die wir vorher nicht gesehen haben. und tatsächlich ist es so, dass solange wir, solange jetzt zum Beispiel zwei, sagen wir, zwei Ergebnisse aus zwei verschiedenen Experimenten sich komplett widersprechen, dann können wir, dann wird man sich in der Wissenschaft immerhin darauf einigen, dass wir hier noch keine klare Antwort haben. Und das finde ich halt das Schöne, dass man eben sagt, in der Wissenschaft ist vieles noch unbekannt und vieles unsicher und viele Fragen sind offen, aber innerhalb der wissenschaftlichen Community gibt es zumindest Einigung darüber, was wir noch nicht wissen. Und das ist halt sehr schön. Und medial wird das oft leider verzerrt, weil medial ist dann oft so, dass öfter mal false balance zum Beispiel auftritt, also falsche, wörtlich übersetzt, falsche Balance, das ist, wenn in Medien zwei VertreterInnen aus der Wissenschaft quasi im Meinungsaustausch gegeneinander antreten und eine Person vertritt den bestehenden Konsens und andere vertritt eine Meinung, die völlig jenseits oder einfach konträrs, aber von keinerlei Evidenz eben unterstützt wird. Und dann wird eben so eine Debatte darüber aufgemacht und beim Laien kommt an, ja, am Ende weiß man auch nicht, die wissen, die können sich halt am Ende einfach nicht einigen. Aber wenn man hinter diese mediale Fassade schaut und in die wissenschaftlichen Communities reinschaut, dann gibt es das eigentlich so gut wie nie, sondern zumindest ist man sich doch, ist man so fair oder zumindest ist man sich doch darüber einig, was es noch zu debattieren gibt und was nicht. Ich komme gleich nochmal auf diese Forts Balance. Ich würde nur gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen und zwar, weil du das Bild des Puzzles genommen hast, was ich super spannend finde. Und eigentlich geht es ja beim Puzzlen, bestenfalls haben wir das Ding irgendwann zusammen und schlimmstenfalls packen wir es in den Bilderrahmen und hängst es an die Wand. Also es gibt irgendeine Art Ziel, was wir haben beim Puzzlen. Gibt es, würdest du sagen, irgendeine Art Ziel in dem Puzzlen, was die Wissenschaft, was der Wissenschaft hat? Du lachst. Also ja, ich lache, weil das Bild an diesem Punkt, also die Metapher kann nicht standhalten. Also das ist ganz schön, weil du hast jetzt die Metapher genommen und sie logisch zu Ende gedacht und damit die Grenzen aufgezeigt. Weil Wissen ist nie vorbei. Zumal wir ja auch nur durch unsere selbstgemachten, zum Beispiel Instrumente, die Welt erfahren können, wie sie ist. Wir können sie immer nur versuchen zu beschreiben. Wir können nie wirklich, wir können nie am Ziel sein. Und selbst das, was du und ich sehen, wenn du jetzt auf deine Hand schaust und denkst, ich sehe jetzt hier meine Hand vor meinen eigenen Augen, in Wirklichkeit siehst du, wenn du es ganz genau nimmst, nur den Output deines Gehirns. Also die Hand ist da draußen, die ist in der echten Welt. Das ist quasi die Wahrheit. Du kannst sie aber nur gefiltert durch dein eigenes Gehirn erfahren. Und wenn dein Gehirn dir jetzt einen Streich spielt, wirst du nie wirklich wissen können, was die Wahrheit ist. Also deswegen, lass uns doch mal ein anderes Bild nehmen. Es gibt das Gleichnis des Elefanten und der blinden Männer. Never heard of. Warum die alles Männer sind, weiß ich nicht. Sagen wir, das können auch Frauen oder sonst. Also dabei sind, aber das ist original. Sind einfach MännerInnen. MännerInnen. Also original ist es das Gleichnis, des Elefanten und der blinden Männer. Und es geht so, dass verschiedene blinde Männer versuchen, ein ihnen bisher unbekanntes Tier, nämlich in diesem Fall einen Elefanten, zu erfassen, zu erforschen. Aber da sie halt nichts sehen können, können sie nur was ertasten. Und der Elefant ist sehr groß und jeder hat nur einen bestimmten Bereich, den er ergreifen kann. Also der eine kann so ein bisschen den Fuß ertasten, der andere ist da am Rüssel, der andere hat ja irgendwie die Stoßzähne und so weiter. Und dann kommen sie alle zusammen und dann sagt der, der bei den Stoßzähnen war, ja, das ist so ein, das ist irgend so ein knochiges, ein knochiges Wesen vielleicht, sowas wie ein Hummer, nur etwas größer. Und er sagt, das ist totaler Quatsch. Also hier, das war ganz klar etwas Weiches und da kam auch warme Luft raus, sagt der, der am Rüssel war und so weiter. Und am Ende muss man eben gucken, passt das denn zusammen? Können sie denn zusammenkommen und sich ein Bild gemeinsam von dem Elefanten zusammenlegen? Und das Schöne an dieser Metapher ist, dass wir auch in der Wissenschaft nicht diese eine Messmethode oder so haben, sondern ich kann an dieser Stelle, kann ich vielleicht was physikalisch messen, an einer anderen Stelle kann ich irgendwas beobachten. Wieder an der anderen Stelle kann ich, wenn ich zum Beispiel wissen will, was denken Menschen, dann kann ich sie eigentlich nur befragen. Ich habe keine bessere Methode als das. Und am Ende muss ich alle verschiedenen Studienmethoden zusammentragen, gucken, Gibt es irgendeinen Sinn? Kriege ich sowas wie ein Tier zusammengesetzt? Und hier kommt der Knackpunkt. Die Männer sind aber immer blind. Das heißt, das Beste, was passieren kann, ist, dass sie sich einigen, wie der Rüssel am Kopf hängt und so weiter. Aber wir sind blind. Das ist die Demut, von der ich sprach. Dass wir halt immer nur versuchen können, wir können den vielleicht immer besser beschreiben, aber immer nur aus unserer eigenen Blindheit heraus. Superbild. Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat, einer meiner absoluten Lieblings-Apps. Mit BookBeat könnt ihr so viele verschiedene Bücher hören und lesen, auch als E-Books, wie ihr möchtet. Und habt rund um die Uhr eine riesige Auswahl an Büchern. Das gilt natürlich auch für Reihen, denn ihr könnt die jetzt einfach abonnieren. Das heißt, ihr erhaltet jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn ein neues Buch in der Serie erscheint. Das Buch, was ich euch heute empfehlen möchte, gibt es noch nicht als Serie. Das kann aber noch kommen. Es ist das Buch von meinem heutigen Gast, MyT Nguyen Kim. Und zwar ist es die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. War falsch und plausibel. Das ist das letzte Buch von ihr. Gelesen von ihr. Ihr könnt auch direkt mal reinhören, bestenfalls nach dem Podcast, nach dem Interview. Denn ihr könnt jetzt BookBeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de slash hotelmatze gehen und los geht's. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner BookBeat für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Tipper. Alle reden gerade über Strom beziehungsweise Energie und wie man viel davon sparen kann, um unsere Klimaziele zu erreichen. Technologischer Fortschritt auf der einen Seite und individuelle Sparen auf der anderen. Tipper ist eine Mischung aus beidem. Die erste wirkliche Innovation für euer Zuhause, damit ihr die Energiewende aktiv unterstützen könnt. Tipper hilft, Strom dann zu verbrauchen, wenn er grün und günstig ist. Tipper verdient nämlich nichts an eurem Stromverbrauch und möchte deshalb ehrlich, dass ihr weniger Strom verbraucht. E-Autos, Solaranlagen und Smart Home-Geräte können in der App integriert und so gesteuert werden, dass es besonders günstig ist, diese zu nutzen. Wenn das für euch spannend und interessant klingt, dann schaut einfach mal auf tibber.com slash gute matze vorbei. Geschrieben wird tibber, T-I-B-B-E-R. Dort erhaltet ihr bei Vertragsabschluss eine Gutschrift von 50 Euro in eurem Account. Den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Tipper für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Es gibt ja die große Frage von Kant, was kann ich wissen? Was würdest du ihm antworten, wenn ich jetzt er wäre oder er ich? Was kann ich wissen? Also ich habe natürlich eine sehr naturwissenschaftliche Brille drauf. Bitte. Und das spiegelt sich auch sehr an meiner Arbeit wieder. Ich rede nämlich unglaublich gerne über Methoden, über wissenschaftliche Methodik, also über das wissenschaftliche Arbeiten. Denn eigentlich Ergebnisse aus Studien oder aus Wissenschaft sind eigentlich völlig nichtssagend, wenn ich nicht weiß, mit welchen Methoden diese Ergebnisse entstanden sind. Also wenn ich nicht weiß, was gemacht wurde, also woher man etwas weiß. Und das Schöne an Naturwissenschaften ist, dass man halt oft tatsächlich etwas messen kann. Und gleichzeitig ist das halt stark begrenzt. Also ich bin ja Chemikerin. Das heißt, es ist ja schon wahnsinnig genug, dass wir überhaupt wissen, wie Moleküle aussehen. Wir können ja nicht sehen. Es gibt auch kein Mikroskop der Welt, die jetzt Moleküle bis auf Atomebene jetzt in diesem Detail auflösen könnte. Also woher wissen wir das eigentlich? Und es gibt dann diverse indirekte Methoden. Es gibt also eines der häufigsten Geräte in einem Chemielabor ist so ein NMR. Und das kann man sich vorstellen wie so eine Art MRT-Röhre für Moleküle. Also MRT-Röhre in Krankenhäusern, wo man so reingeschoben wird für Hirnscans. Ganz analog gibt es das auch für Moleküle, die dann, wo man aus den Schwingungen, die die einzelnen Atome dann durchführen in so einem Magnetfeld, die Struktur indirekt bestimmen kann. Und da muss jetzt niemand Chemie studiert haben, um zu verstehen, so eine Methode, wo ich irgendein Molekül in Magnetfeld schicke und dann die Struktur daraus ableite, ist eine viel stärkere, sicherere Methode als zum Beispiel eine wissenschaftliche zwar, aber eine Befragung, die man jetzt in einer psychologischen Studie durchführt. Weil ich da ganz viel mehr Unsicherheiten habe. Allein schon, weil ich mich auf Selbstauskünfte von Menschen verlasse. Das ist das Schöne. Das heißt, ich muss Chemie studiert haben, um jetzt ein NMR auszuwerten. Ich muss aber nicht Chemie oder Psychologie studiert haben, um auch als Laie zu verstehen, aha, so entstehen also unterschiedliche Evidenzstärken. Also tendenziell gibt es so ein gewisser Trend, dass je Naturwissenschaft das ist, also für eine Biochemie und dann Physik, und desto klarer ist das Ergebnis. Also da gibt es jetzt nichts zu diskutieren, sondern das Molekül sieht so aus, fertig. Aber je näher es ins Leben reinwirkt, also je mehr Relevanz es für unser alltägliches Leben hat, und desto komplexer wird es, und desto weniger sicher werden die Methoden. Und deswegen wäre meine Antwort auf die Frage, was können wir wissen, steht und fällt eben, steht und fällt mit den Methoden. Also das heißt, ich kann sehr sicher sagen, dieses Molekül hat folgende Struktur, ich kann aber nur mit großer Unsicherheit jetzt vermuten, was Menschen denken, wenn ich sie danach frage. Ich kann zwar sagen, okay, ich weiß jetzt mehr, als wenn ich sie gar nicht gefragt hätte, okay. Und ich kann vielleicht noch so ein paar andere methodische Tricks anwenden, wie ich kann eine Test- und eine Kontrollgruppe haben, um die zu vergleichen. Aber am Ende bleibt die Unsicherheit, wie sehr kann ich mich auf die Selbstaussage von Menschen verlassen, schätzen sich überhaupt selbst auch richtig ein und so weiter. Und da würde ich halt sagen, da weiß man dann etwas, aber halt mit einer großen Unsicherheit. Das heißt, ich kann wissen, was ich, oder kann wahrscheinlicher wissen, was ich methodisch prüfen kann? Genau. Und abhängig davon auch, welche Methode es ist, kann ich eben sagen, das ist jetzt, weiß ich jetzt sehr sicher oder auch nicht sicher. Und was ich aber auch viel schöner finde, ist auch sicher zu wissen, was man nicht sagen kann. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ist, wie unterschiedlich sind Männer und Frauen? Weil wir sehen offensichtlich, wir verhalten uns im Schnitt sehr unterschiedlich. Also es fängt mit so Äußerlichkeiten an, dass Frauen viel häufiger lange Haare haben. Natürlich nicht alle, aber es ist so statistisch gesprochen ein sehr klarer Unterschied. Dann sind es ja nicht nur die Klamotten, sondern auch, dass Männer öfter selbstbewusst sind oder zum Beispiel besser in Gehaltsverhandlungen, Frauen dann weniger. Das sind ja alles Unterschiede, die erstmal faktisch feststellbar sind. Und dann gibt es ja große Streits darüber, woher kommen die? Sind das einfach gesellschaftliche Rollenbilder, die wir uns mehr oder weniger selbst auferlegt haben? Oder gibt es vielleicht auch von Natur aus biologische Gründe dafür? Und das Schöne, in meinen Augen Schöne ist, das kann man nicht beantworten. Methodisch ist es unmöglich, das zu beantworten. Was ich ziemlich sicher sagen kann, ist, es gibt gesellschaftliche, ganz klare gesellschaftliche Rollen, und es gibt auch eine Biologie, die, es gibt auch, also man kann auch in der Biologie Menschen in Männer und Frauen aufteilen und Durchschnittsunterschiede sehen. Und solange es beides gibt, kann ich den Anteil von jedem nur dann methodisch sauber bestimmen, wenn ich eins davon ausschalten würde. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt in einem perfekten Labor-Setup, hätte ich jetzt nochmal unsere Welt als Kontrollwelt, aber in dieser Welt gäbe es keine Geschlechterrollen gesellschaftlich. Und dann könnte ich mal schauen, also dann könnte ich schauen, werden dann, entscheiden sich Frauen dann trotzdem häufiger irgendwie Erzieherinnen zu werden und Männer häufiger ITler. Aber diese Möglichkeit gibt es ja einfach nicht. Das heißt, ich muss hier an dieser Stelle, muss ich dann einfach sagen, ja methodisch ist das überhaupt nicht zu lösen. und pragmatisch würde ich dann sagen, ja, ist ja vielleicht auch gar nicht relevant, sondern unsere Gesellschaft, unsere Umwelt ist ja das Einzige, was wir in der Hand haben. Das heißt, wir müssen überhaupt nicht drauf warten, auf irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, woran das liegt, sondern unabhängig davon, woran das liegt, können wir auch einfach so sagen, lass doch eine Welt schaffen oder können wir auch so zu dem Schluss kommen, dass wir alle profitieren, wenn wir Rollenbilder etwas einreißen. Und da würde ich auch dafür plädieren, die Wissenschaft, das ist spannend, ich kann mich da lange damit beschäftigen, aber lass die auch manchmal auch einfach Wissenschaft sein und versuch nicht, die immer reinzuziehen quasi in so gesellschaftliche Diskussionen, wo sie eh nicht helfen kann. Also ich kann wissen, was kann ich wissen eigentlich, was ich nicht weiß oder wissen kann. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von was kann ich wissen, dass man sich auch, auch mal sicher sein muss, dass was man nicht wissen kann. Und dann vielleicht, deswegen ist für mich auch, hat wissenschaftliches Denken oder dieses Mindset auch tatsächlich viel mit Toleranz zu tun. Weil wenn ich weiß, dass ich nicht wissen kann, wie zu welchem Anteil mögliche biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder gesellschaftliche Unterschiede in den Rollenerwartungen unsere Entscheidung beeinflussen, dann muss ich ja zwangsläufig auch unterschiedliche Meinungen akzeptieren, tolerieren, auch wenn sie nicht meiner eigenen entsprechen. Weil am Ende kann ich es zumindest jetzt faktisch nicht festhalten, sondern es gibt da einfach unterschiedliche Meinungen. Du hast gerade gesagt, dass die Gesellschaft und die Wissenschaft, dass man da auch mal sagen muss, ist auch eine Grenze. Und jetzt gibt es irgendwie, ich habe das irgendwo gelesen, dass die Vergesellschaftlichung der Wissenschaft und die Verwissenschaftlichung der Gesellschaft, also dass es immer näher zusammenkommt. Dann gibt es auch sowas wie Gruppen, wo einfach Bürgerinnen und Bürger wissenschaftlich arbeiten, die gar keine Wissenschaftler sind. Und dafür gibt es Webseiten, das wird von der Regierung gefördert. Genau, Citizen Science. Citizen Science, genau. Begrüßt du das, dass das passiert? Oder sagst du eher, eigentlich ist das ganz gut, wenn wir trennen, wenn wir sagen, hier ist die Wissenschaft, hier ist die Politik, hier ist die Wirtschaft. Was ist da deine Haltung dazu? Also in der Theorie, ganz theoretisch gesprochen, müsste man natürlich trennen, weil man natürlich sagt, Wissenschaft ist frei, ist jenseits von Politik, von Ideologie und muss dann auch ganz getrennt davon in einer Art Vakuum stattfinden. Aber in der Praxis ist das natürlich nicht so. Allein schon, weil Wissenschaft natürlich auch von Menschen gemacht wird und in einem Kontext stattfindet. Und weil, wenn es jetzt nur darum ginge, für manche Teile der Wissenschaft mag das sogar zutreffen, weil man sagt, wenn ich jetzt irgendwie mit dem neuen, äh, mit dem neuen Teleskop mir jetzt anschaue, wie viele Galaxien da draußen sind, dann hat das ja jetzt für meinen Alltag keine Relevanz und dann kann ich das vielleicht noch trennen. Ja. Aber wir machen ja Wissenschaft nicht nur der Neugier wegen und um die Welt und das Universum besser zu verstehen, sondern ganz viel hat natürlich auch eine Anwendung irgendwann. Unser modernes Leben ist ja durchsetzt von technologischem Fortschritt, der in der Wissenschaft angefangen hat. Das heißt, sobald Wissenschaft angewendet wird, kann man diese Trennung gar nicht mehr machen. Also in meinen Augen müsste man auch hier viel mehr auf Methoden schauen. Also auf die Art und Weise, wie wissenschaftliche Erkenntnisse entstanden sind und welchen Schluss man dann daraus ziehen kann. Denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, naja, ich habe in meinem Buch jetzt, also die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, habe ich ein Kapitel über gewaltvolle Videospiele geschrieben, wo ganz viel mit Wissenschaft argumentiert wird. Wobei, wenn man sich diese Aggressionsforschung anschaut, methodisch, dann kann jeder Laie sehen, das ist zwar spannend, so für akademische Diskussionen, das ist aber so unsicher, dass man überhaupt gar keine real life politischen Entscheidungen darauf basieren kann. Das heißt, und da finde ich, macht es überhaupt keinen Sinn. Aber es ist ja da, wenn ich, plädiere ich eben in so einem Fall für eine klare Trennung, weil ich sage, also schaut euch die Methoden an. Das ist innerhalb der Forschung ein spannender Bereich. Aber, darauf kann man keine Politik basieren. Wenn ich jetzt aber sehe, hier, ne, Klimakrise, da haben wir halt so viele auch physikalische, chemische Messmethoden, auf die wir uns da stützen können und jahrzehntelangen Konsens, dann muss man vielleicht sogar drauf bestehen, dass Wissenschaft inpolitische oder dass Erkenntnisse inpolitische Entscheidungen mit einbezogen werden. Und das finde ich eine ganz wichtige Differenzierung, die leider oft in der Öffentlichkeit nicht gemacht wird, weil dann wird gerne, werden da zwei Schubladen aufgemacht. Also entweder sagt Wissenschaft die Wahrheit in Anführungsstrichen und dann muss die halt immer eine Basis sein und immer mit einbezogen werden oder Wissenschaft kann gar nichts mit Sicherheit sagen. Ich weiß nur, dass ich nichts weiß und jede neue Erkenntnis kann sich morgen wieder ändern und dann brauche ich es ja gar nicht einzubeziehen. Und die Realität, in der Realität deckt Wissenschaft halt dieses gesamte Spektrum ab und nur wenn man nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Methoden mit einbezieht, kann man eben differenzieren, wann ist es sinnvoll oder notwendig, mich auf Wissenschaft meine Entscheidung auch wissenschaftlich zu begründen, mit zu begründen und wann kann man auch sagen, nee, das ist, hier hilft uns die Wissenschaft rein methodisch gar nicht mehr weiter. Und da kommst ja eigentlich du ins Spiel. Also du bist ja sozusagen eigentlich das Bindeglied. Du sagst ja, also du bezeichnest dich selbst als Wissenschaftskommunikatorin oder Wissenschaftsjournalistin und Vermittlerin. Vielleicht einmal ganz kurz den Rückblick, warum hast du dich entschieden, dass du das bist, also dass du sagst, ich stelle mich in die Mitte und bleibe nicht bei meinem Vater am Herd, sondern ich schreibe das Kochbuch. Ja, also ich habe, als ich noch aktiv selbst in der Forschung war wegen meiner Doktorarbeit, habe ich mit in so einem biomedizinischen Anwendungsbereich geforscht, also ich habe Materialien entwickelt, also neue Moleküle gekocht, die als sogenannte Drug-Delivery-Systeme eingesetzt werden sollen. Das ist inzwischen ein bisschen einfacher für mich zu erklären, seit es die mRNA-Impfstoffe gibt. Manche haben es vielleicht mitbekommen, dass dieser Impfstoff nicht nur aus mRNA besteht, das ist zwar der eigentliche Impfstoff, um den es geht, die mRNA muss aber verpackt werden, damit das funktioniert. Also in dem Fall, es ist relativ simpel in so einer sogenannten Lipidhülle. Aber diese Hülle muss halt auch jemand herstellen, also zum Beispiel eine Chemiewerkerin und ich habe halt eben versucht, solche Verpackungs- und Transportsysteme zu entwickeln, unter anderem, ja, um Wirkstoffe, seien es jetzt Impfstoffe oder vielleicht irgendwie in anderen, vielleicht mal einen Krebswirkstoff oder sowas zu verabreichen. Natürlich sehr in der Grundlagenforschung, also weit weg von irgendeiner Anwendung, aber solche Anwendungsgebiete, das hat mich halt wirklich sehr motiviert, an sowas zu arbeiten und wenn wir jetzt bei der mRNA-Impfung bleiben, leuchtet ja schnell ein, dass das ja nicht viel bringt, daran zu arbeiten, dass dann viele kluge Menschen nicht nur Hirnschmalz, sondern sehr viel Zeit und Arbeit und Abende und Wochenenden im Labor dafür opfern, für so einen Fortschritt, wenn das am Ende gar nicht angenommen wird, diese Innovation. Also und da wurde mir eben klar, dass die Kommunikation, die Vermittlung, die Aufklärung ja genauso wichtig ist wie die Innovation selbst oder die Wissenschaft selbst und ja und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass ich als jemand, ja die ja wie gesagt sehr gerne lernt und eigentlich gern auch immer wieder was Neues lernt, ich bin eigentlich von Haus aus gar nicht so die geborene Spezialistin, was man ja werden muss, wenn man jetzt so doktorweit in der Chemie macht, das heißt, ich wusste sehr viel über, irgendwann sehr viel über Polyurethanhydrogene, immer mehr und dachte so, ja, ich will aber auch, eigentlich würde ich gerne auch über andere Sachen Bescheid wissen und zusammen mit dieser persönlichen Präferenz war das dann für mich doch irgendwann sehr klar, dass ich diesen Wechsel machen will. Und wo siehst du dich jetzt, also siehst du dich jetzt auch, ich kenne dich aus den Medien, ich kenne dich durch YouTube und so weiter, siehst du dich auf der Seite der Wissenschaft oder auf der Seite der Medien oder auch da, siehst du dich da dazwischen? Also praktisch bin ich natürlich dazwischen und es ist ja genau dieser Brückenschlag, also der Kern meiner Arbeit ist, im Herzen sehe ich mich natürlich auf der Seite der Wissenschaft und ich verstehe mich irgendwie auch gerne als, ja, immer noch als Kollegin, ja, der Leute, die jetzt immer noch im Labor stehen und mein persönlicher Anspruch an meiner Arbeit ist es auch, dass die Fachleute, für die ich ja quasi auch übersetze für eine breitere Masse, dass die dann sich auch gut vertreten fühlen und dass die sich eben auch, ja, da richtig wiedergegeben und interpretiert fühlen, also, und, ja, und das ist, genau, also, mein, am meisten freue ich mich halt, wenn, wenn es dann, nicht nur, wenn ich dann Nachrichten kriege von jungen Menschen, die dann sagen, ach, ich habe irgendwie, dachte immer, Naturwissenschaften sind nicht mein Ding und jetzt überlege ich Chemie zu studieren, das ist natürlich sehr schön, aber fast auch mehr freut es mich, wenn es dann wirklich von Chemikerinnen oder Chemikern kommt und dann sagt, ja, das hast du, cool, das hast du gut erklärt, sind wir approved. Welche Rolle nimmst du denn in der Community der Wissenschaft ein? Also, ich nehme mal an, es gibt genauso eine Bubble, so eine Wissenschaftsbubble, wie es die Medienbubble gibt, die ich jetzt besser kenne. Ja. Was bist du für die? Also, ich meine, das ist immer schwer zu sagen, aber wenn du das so, wenn du so mal Mäuschen spielst, für dich selbst, was, was, was hörst du da? Also, was, was ich auf jeden Fall nicht mehr bin, ist Wissenschaftlerin, also, wenn ich so beschrieben werde, ich sehe es nicht so, dass ich es unbedingt den Drang habe, das zu korrigieren, weil ich, ich glaube, zu Wissenschaftlerin sein gehört ja vielleicht auch so ein bisschen mehr, als nur das, das aktive Forschen. Mhm. Äh, ich, weil ich bin Chemikerin, das werde ich jetzt immer bleiben, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, aber es ist ja ganz klar, dass ich jetzt eine ganz, einen bestimmten Beruf und eine Rolle habe, ne, ich bin als Wissenschaftsjournalistin, ist das mein, mein einziger Beruf ist eben, äh, über Wissenschaft zu berichten und Wissenschaft zu vermitteln und dadurch habe ich natürlich auch äh, ganz andere, ganz anderen Alltag, ähm, als jemand, also, ja, als alle, die jetzt wirklich aktiv forschen, ähm, aber ich bin, ich, ich halte mich gut vernetzt, das ist mir auch sehr wichtig, also ich versuche immer den, den Kontakt an die Unis und die Forschungseinrichtungen zu halten, ähm, auch um da eben nicht den Bezug zu verlieren, ähm, weil ich glaube schon, dass ich allein dadurch, dass ich eine Doktorarbeit gemacht habe und ein paar Jahre lang in diesem Betrieb drin war und man ist ja, als Doktorandin gehört man ja zum Arbeiterfolg, das sind ja diejenigen, die die Forschung eigentlich am, am Laufen und Leben halten, das war schon eine sehr wertvolle Erfahrung, weil ich dadurch, Stichwort Methoden oder Stichwort wissenschaftliches Arbeiten, nicht nur über was über Methoden gelernt habe, sondern auch über den Arbeitsalltag, ne, was, äh, wie arbeitet man da eigentlich und was gibt's da vielleicht auch für Herausforderungen, ähm, auch zu verstehen, äh, dass natürlich nicht Studie gleich Studie ist, sondern dass man auch, äh, versteht, es gibt halt, ähm, verlässlichere und weniger verlässlichere ExpertInnen und so weiter, ja, und das sind alles Dinge, die ich durch diesen Insiderblick auch persönlich erfahren und auch gelernt habe und auch allein deswegen ist mir diese Connection auch noch sehr wichtig, auch für meine jetzige Arbeit. Und jetzt, äh, über die Medien wird, kann man ja sagen, äh, oder sagt man, und vielleicht kann man das auch sagen, dass die auch teilweise sehr eitel ist und dass es darum geht, äh, gesehen zu werden und um Aufmerksamkeit, das, was liegt ja auch, äh, in der Form, ähm, und dann durch Corona hat man dann gemerkt, also zumindest ich, ist ja die Wissenschaft, äh, jetzt verallgemeinigt die jetzt mal auch zum ersten Mal so auf die Titelblätter richtig gekommen, richtig dolle und, und auch permanent. ähm, und erlebst du da ähnliche Mechanismen, also merkst du da auch, dass da plötzlich so eine Art Eitelkeit nach vorne kommt, dass es so eine Aufmerksamkeitsfreude da ist, also es geht ja auch immer, also auch bei Wissenschaft, zumindest wie ich es verstanden habe, geht es ja auch immer um Fördermittel und so weiter und so fort, also geht es ja auch schon, auch bemerkt zu werden, gesehen zu werden und auch, ich habe letzte Woche mit einem, äh, Philosophen gesprochen, ja auch immer, also, ne, das ist der Stand der Dinge, ähm, aber wir wollen natürlich, äh, es geht immer auch darum, diesen Stand der Dinge weiterzuentwickeln, also da geht es ja auch um so eine gewisse Geschwindigkeit, auch so ein bisschen in Neid geht es da auch manchmal, ähm, wie beobachtest du die Wissenschaft durch die mediale Veränderung der letzten zwei Jahre? Hm. Ich würde es gerne differenzieren in, was bedeutet jetzt die Aufgabe, die Aufmerksamkeit für jemanden wie mich und was bedeutet die Aufmerksamkeit für, ähm, aktiv Forschende? Ja. Also für mich ist es natürlich so, dass ich wie alle anderen Medienschaffenden von Aufmerksamkeit leben, also ohne eher Aufmerksamkeit keinen Impact, also ich, äh, und das kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass ich, äh, sehr viel auch Arbeit und Energie reinstecke, Aufmerksamkeit zu gewinnen, weil ich natürlich, äh, wichtige, also ich finde, wichtige Sachen, äh, zu vermitteln habe und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich, äh, das mitbekommen, so. Das ist verhältnismäßig einfach, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Fall. Ob ich jetzt noch da zusätzlich eitel bin oder so, ist, glaube ich, spielt jetzt eben gar nicht so eine große Rolle. Ich denke, alle, die vor der Kamera sind, müssen eine gewisse Rampensauigkeit schon mitbringen, also sonst wird man ja nicht glücklich. Aber, ähm, am Ende ist es einfach nur wichtig, gute und saubere journalistische oder auch wissenschaftliche Arbeit zu machen und dann kann ja auch sowas wie eine Rampensauigkeit auch nur helfen, so. Bei, jetzt, wenn wir jetzt auf die Forschenden gehen, das wird dann deutlich komplizierter. Mhm. Denn, ähm, ich glaube, vielen ist nicht bewusst, ähm, was, wie weit entfernt die Medienwelt und die Wissenschaftswelt sind. Denn wenn ich jetzt, ähm, als Wissenschaftlerin, wenn ich jetzt als Chemikerin in, an einer Uni, an einer akademischen Forschungseinrichtung Karriere machen will, dann zählt wirklich nur meine Forschungsarbeit. Das ist alles, was zählt. Also, ich mache zwar auch Lehre und so, das ist auch ein, ein wiederkehrender Kritikpunkt, weil das ja auch ganz wichtig ist. Aber alles fällt hin, oder alles, was wichtig ist, in meine, meine Veröffentlichungen, was, was ich im Labor entdeckt habe, was ich entwickelt habe. Ähm, und auch nur dafür kriege ich Forschungsgeld übrigens. Mhm. Und, äh, Forschungsgeld kriege ich natürlich auch nur für meine Forschung. Ich, mein Gehalt hängt von meiner, von meiner Seniorität oder meiner Stufe ab. Oder auch als Doktorandin habe ich halt einfach ein, ein fixes Gehalt. Ähm, wenn ich jetzt mehr Forschungsgeld kriege, heißt das, ich kann mir bessere Geräte kaufen, die da im Labor stehen und so weiter. Also das ist, das sind sehr und andere Mechanismen als in den meisten anderen Branchen, die man, die man so kennt. Und, mhm. Wenn ich jetzt dazu, wenn ich jetzt beschließe, während einer Pandemie zum Beispiel, einen Großteil meiner Zeit für Wissenschaftskommunikation aufzuwenden, dann kriege ich dafür zwar, ja, vielleicht Aufmerksamkeit und vielleicht auch sowas wie Ruhm, Anerkennung, dass jedem Menschen gefällt, würde ich jetzt mal behaupten, ist doch, ist ja klar, aber ich verliere vor allem einfach Zeit für meine Karriere. Also, ähm, Christian Drosten zum Beispiel als ein Coronavirus-Forscher, davon gibt es ja gar nicht so viele, ich weiß gar nicht, ob manchen bewusst ist, was für ein wahnsinniger, was für ein Zufall es ist, dass wir zufälligerweise in Deutschland einen, einen deutschsprachigen auch, das ist ja auch nicht selbstverständlich in der Forschung, einen deutschsprachigen Wissenschaftler haben, der zufälligerweise genau hier sein, sein Fachgebiet hat, der hat jetzt während der Akademie viele Fördergelder, viele Forschungsmöglichkeiten, viele Veröffentlichungen hinten angestellt, quasi die Chance seiner Karriere hat sausen lassen, aus der Verantwortung heraus, diesen Podcast zu machen, der ja unglaublich viel, auch Aufwand und Arbeit für ihn und auch für Sandra Zizek waren, ähm, ja, aus einer Verantwortung heraus. und, ähm, auch natürlich nicht nur mit, mit Ruhm und Anerkennung und auch einigen Preisen, aber auch natürlich mit, ja, Anfeinungen und mit, äh, ganz viel Stress, mit, äh, irgendwie, Diffamierungsversuchen von der Bild und so weiter und so fort. Und, äh, es gibt da eben gute und schlechte Beispiele, es gibt eben, äh, Christian Trosten oder Sandra Zizek, die das, ähm, machen, obwohl sie für sich, für sich als, als Forschende eben Nachteile daraus ziehen, weil sie irgendwie renommierte, angesehene Forscher, Forscherin oder Forscher sind, ähm, und quasi ihre wertbare, kostbare Zeit, ihre Karriere hinten anstellen, um eben die Öffentlichkeit aufzuklären. Und es gibt aber natürlich so wie überall auch Menschen, die vor allem einfach gerne im Mittelpunkt stehen oder vielleicht gar nicht vorhaben, jetzt in der Forschung so viel Karriere zu machen, sondern sich eher orientieren, vielleicht nach außen, äh, weiß ich nicht, ne? Also, man muss auch mir, man muss mir auch immer, äh, vorwerfen oder zumindest hinterfragen, was will ich, was will jetzt Malte München? Will sie jetzt ihr Buch verkaufen? Will sie jetzt nicht irgendwie ihre Sendung bekannt machen? Ist sie einfach eitel oder, ähm, möchte sie wirklich aufklären? Das ist halt eine Frage, die man bei jedem stellen muss und es gibt eben leider gerade in so einer großen medialen Aufmerksamkeit natürlich zwangsläufig Leute, die dann mit, ähm, ja, den falschen Motiven, sag ich mal, sich auch in die Aufmerksamkeit, in die Öffentlichkeit begeben und die Aufmerksamkeit dann unbedingt auf jeden Fall auch bekommen, ja, weil es gibt halt leider gar nicht so viele, ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich überhaupt dazu bereit erklären, sich diesem Medienzirkus, ich sag mal, hinzugeben und, äh, der Großteil, auch der, der Großteil des Konsenses, sag ich mal, bleibt halt im Hintergrund und, äh, ist auch gar nicht auf dem Schirm der Öffentlichkeit. Du hast erst das schon ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, das ist, und das ist ja auch nachvollziehbar, dass, äh, durch Corona deine Popularität extrem gestiegen ist. Und hat sich in deiner Vorgehensweise durch die neue, größere Aufmerksamkeit von außen was verändert? Nicht grundsätzlich. Also ich war vorher auch schon immer sehr, ähm, ja, sehr sorgfältig, äh, ich, war ich vielleicht auch schon immer, also, auch vielleicht schon als, schon als Schülerin und, ähm, es war mir schon immer extrem wichtig, also das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich groben Unfug erzähle. Also ich hab sowieso schon immer, ähm, ja, alles immer mehrfach gecheckt, aber die Verantwortung, der Druck, den man dann verspürt mit einer wachsenden Reichweite, der, der steigt natürlich auch, Also natürlich, äh, machen wir uns hier, äh, im zum Beispiel kleinen MyLab-Team, da sind wir ja nur zu viert, äh, vor jedem Upload jetzt, sehr viel mehr Gedanken, wenn wir wissen, wir erreichen über eine Million Menschen, äh, da, ja, das, da, da finde ich es aber richtig, auch mal kalte Füße zu kriegen, das ist, äh, wenn das nicht so wäre, dann müssten wir uns eigentlich Gedanken machen. Ich glaube, das wäre schön, wenn es, wenn jeder so mit Reichweite umgehen würde, dass man halt sehr gut, äh, sehr gut überlegt. Oder generell ist es bei mir, hat es bei mir dazu geführt, dass ich, auch viel weniger auf, auf Social Media poste, weil ich halt immer überlege, boah, ich hab so eine große Reise, muss das, muss ich jetzt, äh, was, was kann ich, was kann ich denn, was kann ich denn jetzt irgendwie posten? Ich, das ist auch fast schon ein bisschen schade, weil das für mich so die Leichtigkeit verloren hat, weil natürlich, ich mein, Social Media, das muss ja jetzt nicht immer eine Dissertation sein, dafür hab ich ja andere, ich hab ja andere Outlets, ich kann ja in meinen Sendungen ja hier die Inhalte vermitteln, und früher hab ich irgendwie viel leicht, viel, mit einer größeren Leichtigkeit auch Social Media so zum Spaß benutzt, und ja, das fällt mir tatsächlich zunehmend schwerer, also einerseits, weil mir tatsächlich die, die Zeit fehlt, aber auch, weil ich dann, äh, noch mehr drüber nachdenke, was ich, was ich jetzt, ähm, was ich jetzt von mir gebe, ja. Weil du ja auch weißt, was, das heißt, wenn du was postest, äh, dass ja auch sofort wieder neue Aufmerksamkeit generiert, daraus wieder was gemacht werden kann, und so weiter und so fort, also das ist ja nicht nur einfach ein Post, den dann irgendwie 500.000 Leute sehen, sondern, äh, daraus wird ja wieder neu generiert, und dadurch sehen es ja potenziell nochmal mehr Leute. Das ist ja das Fiese, dass manche, die, ähm, die es mit, äh, jetzt eigentlich nicht faktischer Korrektheit oder sonst was nicht so ernst nehmen oder nicht so eine große Verantwortung verspüren, das, äh, können das natürlich sehr ausnutzen. Es gibt ja genug öffentliche Stimmen, für die das ein, ja, das ist halt Strategie, ja, auch immer wieder, auch durch Empörung Aufmerksamkeit zu generieren und so immer wieder im Gespräch zu bleiben und sei es, weil Leute, weil man beschimpft wird, aber so bleibt man natürlich auch, auch relevant, und, äh, ja, da, da habe ich genau das Gegenteil, also die gegenteilige Einstellung, also ich werde halt immer vorsichtiger, je, je größer meine Reichweite ist und, äh, äh, ich finde auch sowieso, wir haben, wir brauchen nicht noch, also, es ist so, manchmal, ist ganz nett, kriege ich so als Lob, ja, wir brauchen aber mehr, so, von, von dir oder von, von vernünftigen Stimmen und da ist ja, ja, ist es so, ich glaube eher, wir brauchen insgesamt weniger. Aber würdest du sagen, dass diese Art, also der, also die Gesichter, der, die wissenschaftlichen Gesichter der Corona-Pandemie ähm, waren ja eigentlich relativ wenig und vor allen Dingen natürlich, äh, Herr Drosten, ist es eigentlich, würdest du sagen, ist es im Sinne der Wissenschaft, dass es da, ähm, naja, du, du in deinen Sendungen, äh, Methodiken, ne, da entsteht ja auch sozusagen so ein, so ein Heiligenschein, ja, den man dann auch hat und alles, was so eine Person sagt, also in dem Fall der Christian Drosten oder auch du, äh, wird ja auch so als eine Heiligkeit, man, man interpretiert ja auch, äh, und das ist der Wissenschaftler, äh, und so weiter und so fort, also, ist das eigentlich im Sinne der Wissenschaft oder, oder eher nicht? Da bin ich nach unserem Gespräch, was wir jetzt gerade haben, so, weiß ich gerade gar nicht. Allgemein pauschal kann man das auch nicht sagen. Ich glaube, ähm, es ist immer sehr schwierig, das am Beispiel Christian Drostens zu diskutieren, weil das wegen ein, sehr spezielles Beispiel, das in dem Fall einfach sehr positiv ist. Ja. Und, ähm, auch nach allem, was ich auch als Wissenschaftsjournalistin hinter den Kulissen jetzt die letzten zwei Jahre mitbekommen habe, durch viele Gespräche und so, ich meine, innerhalb der Virologie ist man unglaublich dankbar für Christian Drosten, jetzt auch für Sandra Ziesek und, ähm, das sind gebührende Vertreter dieses Fachs. Auch Melanie Brinkmann natürlich auch. Es gibt sicherlich auch gewissen, Melanie Brinkmann, es gibt ja auch sicherlich gewisse, gewissen Neid, vielleicht auch von anderen Fachrichtungen, weil natürlich hat jede Fachrichtung, auch wenn es alles wissenschaftlich ist, äh, natürlich noch nochmal eine andere Brille auf und hätten sich dann vielleicht auch eine entsprechende Aufmerksamkeit gewünscht, weil natürlich dann auch mediale Aufmerksamkeit sehr viel Einfluss hat, am Ende sogar politischen, also vielen wird ja auch, Christian Drosten wurde ja auch fälschlicherweise nachgesagt, er hätte jetzt irgendwie, ähm, irgendwelche Politiker würden noch seiner Pfeife tanzen, so ist das natürlich nicht, aber öffentliche Aufmerksamkeit beeinflusst halt öffentliche Meinungen, öffentliche Meinung beeinflusst Politik, ne, so, das ist ein bisschen komplexer und ein bisschen indirekter, aber letztendlich, äh, entsteht dadurch natürlich ein gewisser, gewisser Einfluss auch und, ähm, ich würde sagen, in dem, also im Fall Drosten, dass wir, dass wir ihn jetzt während der Pandemie hatten, ist einfach nur ein Geschenk, ich bin davon überzeugt, dass, das ist meine Meinung, aber eine Überzeugte, dass Deutschland schlechter dran wäre, ohne ihn und ohne seine Aufklärung, ähm, aber das sage ich auch deswegen, weil, also man kann sich die vielen Podcast-Folgen anhören oder die Transkripte durchlesen, weil er auch unglaublich viel über Methoden spricht und auch immer erklärt, wie er zu seinen Erkenntnissen kommt und selbst wenn das, wenn er sich magiert hat, was er ja auch immer, ähm, erfrischenderweise für, also, in der Wissenschaft ist ja eigentlich normal, aber auch für, für so ein Medienformat auch immer wieder eingeräumt hat, aber auch immer gut begründet hat, ne, also warum er denn damals jetzt das so gesehen hat und warum er es jetzt anders sieht, dieses, woher weiß ich etwas, was wurde hier eigentlich gemacht und wie komme ich zu meinen Schlüssen, das hatte wirklich unglaublich gut und, ähm, ausführlich und gewissenhaft gemacht und deswegen war, ist er in meinen Augen ein so guter Wissenschaftskommunikator und das machen halt nicht alle und, äh, wenn, wenn das eben nicht der Fall ist und man nur aus so einer Autorität daraus spricht, ohne das nachvollziehbar zu machen und diese Autorität natürlich dann auch gewissermaßen nutzen kann und, ähm, dann einfach nur Einfluss ausübt, ohne gleichzeitig diese Aufklärung zu betreiben, dass auch Leiden, das nicht nur glauben, sondern auch mit nachvollziehen können, dann, dann, denke ich, kann so eine krasse Aufmerksamkeit auch, ja, ausgenutzt oder vielleicht auch nicht so gut eingesetzt werden. Du hast erst vor einer ganzen Weile, hast du von Ford's Balance gesprochen und ich habe versprochen, dass wir darauf zurückkommen, äh, jetzt ist es soweit, ähm, in welchen Momenten hast du das erlebt, ähm, erinnerst du dich an Fernsehmomente, du hast es auch als, wenn du darüber gesprochen hast, über Ford's Balance, hast du Talkshows aufgeführt, auch erst, hast du gesagt, es gibt die eine, auf der einen Seite, vielleicht ist es dann Christian Drosten, der methodisch erklären kann, äh, was da los ist und auf der anderen Seite gibt es eine andere Person, die das vielleicht nicht hat und man denkt als Zuschauer, als Zuschauerin, äh, ach naja, dann sind die sich ja nicht einig, als Beispiele. Gibt es aber für dich Momente, wo du gemerkt hast, nee, das läuft hier wirklich komplett, also du warst auch am Anfang, so habe ich es auch gelesen, sehr begeistert, äh, wie sozusagen die Wissenschaft, äh, in der Corona-Zeit wahrgenommen würde und dann irgendwann wurdest du immer frustrierter und, ähm, was hast du gesagt, dann hatte ich wirklich einen Down, weil mich so frustriert hat, was für ein Halbquatsch im Fernsehen geredet wird. Welche Momente waren das? Also, wenn du das sagen kannst oder willst? Konkret weiß ich jetzt, also, wenn ich jetzt mal überlege, was jetzt nicht ganz so weit her, sich anfühlt, ich glaube, viele können das nachvollziehen, alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, man kann sich nicht genau entscheiden, ging die Zeit jetzt unfassbar langsam und doch oder doch so schnell rum. Aber ein klassisches Beispiel war, als, äh, Sarah Wagenknecht bei Anne Will war und erklärt hat, warum sie den Impfstoff nicht will. Mhm. Und dann wird dann halt, äh, in dem Fall war es Karl Lauterbach eingeladen, dessen Aufgabe das ist, diesen Quatsch zu debunken. Und das ist für mich, also in, in meiner, das ist meine Meinung jetzt, als Wissenschaftsjournalistin, da finde ich, da wurde die, die redaktionelle Verantwortung nicht wahrgenommen. Ähm, und ich, aber ich kann mich auch in die andere, in die Redaktion reinversetzen, weil ich glaube, deren Reasoning war, diese Talking Points, die Sarah Wagenknecht hat, oder diese Skepsis gegenüber des Impfstoffs, dieses mRNA-Impfstoffs, die ist ja verbreitet. Wir sehen ja die Impflücke und das müssen wir irgendwie thematisieren. Wir müssen da auch aufklären. Und am einfachsten ist es, wenn wir, wenn wir das in die Diskussion mit einbeziehen und in dem Fall Sarah Wagenknecht einladen und wir lassen sie ja nicht, wir lassen sie ja jetzt nicht unwidersprochen reden, sondern wir haben ja noch kein Lauter. Ja, ja. Und das ist in meinen Augen, das kann man mit vielen Dingen, mit gesellschaftlichen, politischen, ideologischen Fragen vielleicht noch machen. Man kann es aber nicht machen, wenn es wirklich darum geht, wenn auf der einen Seite der Fakt steht, dass es noch nie einen Impfstoff gab, dessen Nebenwirkungen so gut untersucht und beobachtet werden, wie jetzt derzeit die Corona-Impfstoffe. Warum? Das hat einen ganz einfachen statistischen Grund. Noch nie wurden so viele Menschen weltweit in einer so kurzen Zeit geimpft. Das heißt, wenn ich sehr seltene Nebenwirkungen habe, wir erinnern uns an AstraZeneca, das hätte ich bei anderen Impfstoffen, die schon seit Jahrzehnten vielleicht zugelassen sind und wo wir uns keine Gedanken machen, hätten wir vielleicht gar nicht statistisch überhaupt nicht erst gar nicht gesehen. Die werden gar nicht quasi aus diesem Rauschen herausgestochen. So etwas sieht man erst in einer sehr großen Masse. Das heißt, noch nie gab es quasi so sichere Impfstoffe wie jetzt. Und wenn dann jemand wie Sarah Wagenknecht sagt, nee, das ist mir nicht sicher genug, ich warte noch, dann ist das faktisch falsch. Das ist dann eine irrationale Angst, die sie hat, aber es ist eine reine Bauchmeinung, die gegen Fakten steht. Und da finde ich es falsch, eine Bauchmeinung und einen Fakt zu inszenieren in einer Talkrunde, in einer Diskussionsrunde und das zur Debatte zu stellen. Sondern ich würde diese Ängste aufgreifen, ich würde sie thematisieren, ich würde sie aber erklären und nicht debattieren. Und das ist eben für mich der wesentliche Unterschied. Und erst dadurch entsteht für mich Force Balance, wenn man eben auch wissenschaftlich falsche Positionen mit der wissenschaftlich faktisch richtigen Positionen gegenüberstellt und diskutieren lässt. Weil da entsteht nicht nur der Eindruck eins zu eins, also es entsteht nicht nur die falsche Balance dadurch, dass jetzt in dem Fall Karl Lauterbach für den wissenschaftlichen Konsens spricht und Sarah Wagenknecht für eine Minderheitsmeinung, sondern es kommt dann auch hinzu, dass es eine Meinung ist und dass dann auch eine zusätzliche falsche Balance entsteht zwischen Fakten und Meinungen, dass die eben gleichwertig diskutiert werden können. Und das habe ich sehr oft gesehen und ich glaube, der Knackpunkt ist am Ende, dass das für mich aus einer naturwissenschaftlichen Sicht ziemlich klar zu beantworten ist, dass es falsch ist, zu sagen, der Impfstoff ist mir nicht sicher genug. Aber ich habe viele Kolleginnen und Kollegen im Journalismus, mit denen ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren gesprochen habe, die sehen das grundsätzlich nicht so, weil es da sehr wenige Naturwissenschaftler gibt in den Redaktionen unseres Landes. Und ich habe da Kulturclashes erlebt, wirklich. Also hier die Chemikerin, die sagt, wisst ihr was, es gibt halt Sachen, die stehen nicht zur Debatte und auf der anderen Seite vielleicht ein Philosoph, der dann sagt, nee, da kriege ich direkt, da kriege ich direkt angeschweißt, wenn du sowas Totalitäres sagst, denn jeder Anspruch von Wahrheit ist irgendwie ein Machtinstrument, dem man widerstehen muss, grundsätzlich. Und ich glaube, da irgendwo dazwischen verläuft die fließende Grenze zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Weil ich kann das schon verstehen, dass wenn man aus einer anderen, aus einer wissenschaftlichen Ecke kommt, wo die Methoden einfach nicht so stark sind und wo man einfach sehr viel Raum für Diskussionen und Debatten zulassen muss, ein wissenschaftliches Diskurs zulassen muss, da kann jetzt irgendwie so eine chemische Messung, die man nicht ganz nachvollziehen kann oder eine klinische Studie, mit der man sich vielleicht nicht so viel beschäftigt hat, methodisch, dann irgendwie, ja, dogmatisch wirken. Aber es ist genau das, aber es ist einfach, ich finde, man sollte eher den Luxus annehmen, zu sagen, wir haben hier ab und zu mal naturwissenschaftliche Erkenntnisse, da haben wir den Luxus, zu sagen, das ist so und dann können wir uns das Leben doch auch wenigstens ein bisschen leichter machen. Ja, die aber ja auch die ganze Zeit im Verändern sind. Also das ist ja auch, also auch wenn wir jetzt bei Corona bleiben, auch da haben die Erkenntnisse sich ja ständig erneuert und auch ständig gab es, also zumindest ich als einfach so Bewohner dieses Landes, kann dann sagen, okay, da wurden ja auch verschiedenste Dinge gesagt, die sich dann auch nochmal verändert haben. Also so das, was ja auch vollkommen … Ja, das ist sehr verwirrend. Das liegt einerseits auch daran, dass wenn man die Methoden eben nicht mit kommuniziert, sondern, und dann höre ich nur, ah, heute gilt A, jetzt gilt B, jetzt gilt wieder A, ach nee, jetzt gilt C. Und dann denke ich so, was soll das denn? Also das ist ja total Chaos, ist dann mein Eindruck. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, wenn es, aber manchmal kann das gute Gründe haben, Methodische, wo ich dann ganz logisch nachvollziehen kann, ach so, A und B und C sind gar nicht so weit voneinander weg. Die haben zwar für mich in meinem Alltagsleben einen großen Unterschied, aber in der Wissenschaft ist es gar nicht so weit voneinander weg, das kriege ich im Zweifelsfall gar nicht mit, das ist das eine. Und zweitens, man hat nicht nur Zeit, keine Zeit für Methoden in den Medien, man hat auch keine Zeit für Grundlagen. Also ganz viele Grundlagen, also Anlagen, weil was ist eigentlich ein Virus? Oder, wir sind jetzt lachen, aber allein dieses Viren können Krankheiten übertragen. Es gibt eine große Desinformationsszene, deren Ding es ist zu verbreiten, dass das grundsätzlich eine Lüge sei. Und für die Corona da nur eine, der noch ein Beispiel der großen Verschwörung darstellt. Und diese Grundlagen, für die hat man natürlich auch keine Zeit. und es gibt natürlich selbst bei so einem neuen Virus, dass wir jetzt, selbst bei so einer globalen Pandemie, wo jetzt ein neues Virus kommt, einen riesigen Berg von Grundlagen, wo sich schon mal alle einig sind. Und dann gibt's, und auf diesem riesigen Berg stehen wir wie Zwerge und versuchen halt, die neuesten Fragen zu beantworten, die sich jetzt neu ergeben. und nur darauf halten die Medien das Spotlight. Und das ist auf vielerlei Hinsicht verwirrend, weil erstens verstehe ich vielleicht manche dieser Fragen gar nicht, wenn ich die Grundlagen gar nicht kenne. Und vor allem entsteht so der Eindruck, als würden sich in der Wissenschaft alle vor allem streiten. Dabei gibt es eben gewisse Grundlagen, die tatsächlich nicht in Frage stehen, die aber natürlich in manchen Talkshows dann trotzdem in Frage gestellt werden. Also es ist, dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Wien ist extrem kompliziert und für außenstehende Laien tatsächlich extrem verwirrend. Ja, also ich meine, ich habe, was ich verstanden habe und auch schon vorher so mir natürlich nicht unklar war, aber jetzt nochmal durch dich deutlicher geworden ist, Wissenschaft ist ein Stand der Dinge. Also so, und das kann ja sein, dass heute, dass etwas, was man heute sagt und vielleicht auch als Fake bezeichnet, morgen plötzlich, weil es jemand im Labor rausgefunden hat, konnte doch ein Atom spalten, es ist keine Fake News mehr, sondern es ist die neue Wahrheit sozusagen für den Moment. Darf ich dazu was sagen? Unbedingt. Weil das stimmt erstmal und ich höre in dem Zusammenhang auch sehr oft Einstein, ich habe sehr oft über Einstein geredet in den letzten zwei Jahren, weil der mir immer entgegengehalten wurde, wenn ich von Fakten oder vom Stand der Dinge oder wenn ich gesagt habe, manche Dinge stehen nicht zur Debatte. Und Einstein war ja auch ein Revoluzzer und das ist total crazy, dass der Raum gekrümmt ist und Raumzeit und dass Zeit relativ ist und war es und Zeit vergeht da schneller und da langsamer. Das ist ja total crazy. Und die Sache ist, Einstein ist heute nicht deswegen auf sämtlichen T-Shirts und Tassen abgedruckt und einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit, weil er damals einfach so crazy war und die Welt komplett in Frage gestellt hat. Das allein in Frage stellen, das macht dich noch nicht zu Einstein. Sondern Einstein ist deswegen einer der größten Wissenschaftler, weil er Theorien aufgestellt hat, die, also da er belegt werden konnte und vor allem nicht widerlegt werden konnte. Und weil es mehrere Belege gab, wie jetzt auch zum Beispiel die Messung der Gravitationswellen zum Beispiel, für die es ja da auch nochmal einen Nobelpreis gab, immer wieder wurde es belegt und seine Beschreibung der Welt hat einfach die, ja, hat sich einfach bewahrheitet. Und was jetzt heute in Diskussionen oft als Scheinargument aufgemacht wird, ist, jeden beliebigen Bullshit, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel so einen Sucharit Bhakti zu nehmen, so einer der großen, ein Professor, mit Professortitel, der aber ein ganz großer Coronavirus-Leugner war und den dann gleichzusetzen mit Einstein, weil er alles, was man bisher über das Coronavirus wusste, dann total in Frage stellt. Und dann muss ich sagen, ja, lass doch bitte bei den Evidenzen bleiben, weil es stimmt, dank, also weil wir in der Naturwissenschaft Evidenz haben und plötzlich etwas belegen, beweisen können, kann sowas dazu führen, dass, dass alle irgendwie in die Knie gezungen werden und sagen, ja, stimmt, krass. Ich sehe es, es ist jetzt einfach, ne, dieser, der Beleg ist da und der ist besser als das, was wir vorher hatten. Das beschreibt es genauer besser als das, was wir bisher dachten. Dann ändere ich jetzt meine Meinung. Aber nur irgendwas random in Frage zu stellen und einfach wissenschaftliche Erkenntnisse einfach so zu hinterfragen und sagen, ja, vielleicht stimmt's auch gar nicht, vielleicht ist es morgen anders. Das Leid bringt uns halt gar nicht weiter und das wird leider halt sehr oft gemacht. Das, das ist natürlich eine, eine Art Wissenschaft pauschal zu leugnen auf eine eigentlich fast schon sehr fiese Art, weil es ist nicht nur zu sagen, ja, ich, Wissenschaft ist mir egal, ich höre nicht auf Wissenschaft, sondern es ist, eine Wissenschaft sollte sich ausgibt als besonders differenzierte Wissenschaftlichkeit, die sagt, nee, also wenn du eine Ahnung von Wissenschaft hättest, dann wüsstest du ja, dass man nichts mit Sicherheit sagen kann und hier und da, ne, und gleichzeitig aber durch diese Pauschalität, durch die falsche und die Losgültung, also das sich loslösen, das Ignorieren von Evidenz, dann am Ende in unterm Strich Wissenschaft dann auch leugnet. und das ist eben etwas, was es alles so nochmal komplexer und komplizierter macht. Das verstehe ich, ich habe nur sozusagen, wo ich hin wollte, weil du das Beispiel Sarah Wagenknecht und Karl Lauterbach und Forrest Balance genannt hast, für mich persönlich und auch nur als ein Zuschauer von Talkshows, in dem Fall, also ich finde, dass der Ort der Talkshow oder das ist ja auch manchmal gibt es das in der Zeit, zwei verschiedene Meinungen, die aufeinandertreffen und so weiter. Also ich finde das gut, dass da auch eine Angst, die vielleicht gar nicht berechtigt ist, dass die einen Raum kriegt und einen Unglauben kriegt und vor allen Dingen dann auch, wenn es Vertreterinnen von unterschiedlichen Parteien sind. Da habe ich so, das ist dieses, mein Inneres, ich bin kein Wissenschaftler, aber meine innere Unsicherheit zu Dingen, meinen Hinterfragen der Sachen. Also ich finde es gut, wenn es sozusagen da zwei VertreterInnen gibt und mir dabei hilft, das Ganze besser einzuordnen. Deswegen finde ich dieses Sarah Wagenknecht und Karl Lauterbach, eigentlich, ich habe die Sendung nicht gesehen und vielleicht hole ich das nochmal nach, aber ich finde das erstmal von dem, was du da erzählst, habe ich so gedacht und das auch nur mein Blick darauf, erstmal gar nicht so schlecht, weil ich kenne diese Fragen ja auch, diese Unsicherheit und da sitzt dann halt eine Vertreterin, die diese Fragen stellt oder diese Unsicherheit unter Umständen. Und dann gibt es bestenfalls aber jemand, der sagt, ist nicht so, aus welchem Grund auch immer. Also ich fühle mich eher nicht gesehen, wenn sowas nicht da ist, wenn es diese Art von Gegenüberstellung, diese Unsicherheit nicht gibt, wenn da jetzt einfach nur Christian Drosten sitzen würden und sagen würden, das haben wir jetzt ja rausgefunden und so ist das. Das fände ich merkwürdig, wenn das so in den Medien wäre. Nee, das ist mir natürlich auch für meine Arbeit sehr bewusst und eine der wichtigsten Sachen, also ein Großteil unserer Recherche dreht sich immer darum, die weit verbreiteten, auch vielleicht auch Missverständnisse erstmal herauszufinden. Also in meinem Team, ja, gehen wir, also gehen wir auch teilweise in Facebook-Gruppen rein oder so bei Telegram, weil wir müssen diese Argumente verstehen und ganz vieles davon, es ist einfach auch Skepsis oder Sorge, Angst und das wollen wir abfangen. Das Problem bei so einer Talkshow ist für mich nicht, dass diese Ängste thematisierte, im Gegenteil, das ist ja wichtig, wie sonst soll man, wollte man, wenn überhaupt, eine Impflücke durch Aufklärung schließen. Das Problem ist, dass am Ende die Antwort nicht klar ist. Am Ende steht halt, sagt Sarah Wagenknecht, ihren Teil und Karl Lauterbach sagt seinen Teil und man weiß nicht, wem man glaubt, so am Ende glaubt man irgendwie dem, der, also das ist psychologisch auch immer ganz gut untersucht, man glaubt halt demjenigen, der halt eher dem eigenen Weltbild entspricht. Und ich hätte gar nichts dagegen, also so viel jetzt nochmal zur Trennung zwischen Wissenschaft und Meinung, ich hätte gar nichts dagegen, wenn Sarah, also wenn Sarah Wagenknecht kommt und sagt, sie lässt sich nicht impfen, weil will sie nicht. Oder sie lässt sich nicht impfen, weil, keine Ahnung, sie, sie vertraut Wissenschaft allgemein nicht. Weil das ist, das wäre die ehrliche Antwort. Und dann kann man sagen, ja, es gibt halt einfach Leute, es gibt ja offensichtlich genug Leute, die sich nicht impfen lassen, nicht alle davon, weil sie nicht, es gibt ja, das ist ja auch nur ein komplexes Thema, also man kann nicht immer sagen, das sind alles Impfgegner, aber, ähm, wenn sie einfach sagen würde, ich möchte nicht, das ist ihre freie Entscheidung, Ja. dann hätte ich überhaupt nichts dagegen, aber sobald sie sagt, dieser Impfstoff ist noch nicht gut untersucht, dann ist es eine Falschaussage, die finde ich, die finde ich extrem, das finde ich wirklich problematisch, auch für eine freie, aufgeklärte Gesellschaft, weil Freiheit, auch die Freiheit, mich zu impfen lassen oder nicht impfen zu lassen, eine echte Freiheit gibt es nur in der Informiertheit. Aber die könnte man doch dann in dem Moment, wenn sie das sagt, dann kann ja irgendwie Karl Lauterbach in dem Moment doch sagen, Herr Moment mal, also, äh, guck mal, das haben wir, das ist alles passiert, also es ist doch eindeutig so, hier, hier sind die Fakten, es ist genügend untersucht worden, also das gibt ja doch dadurch dann die Möglichkeit. Ja, aber was höre ich dann, Sarah Wagenknecht sagt, es wurde noch nicht untersucht und Karl Lauterbach sagt dann, den ich im Zweifelsfall dann vielleicht eh nicht mag, ne, wenn ich dann schon, äh, so, das sind ja alles Dinge, die zusammenkommen, der sagt dann, es wurde geuntersucht und wie soll ich das jetzt in, in diesen kurzen Redezeit, die man, ja, also wenn ich jetzt noch die Zeit hätte, ich habe ja in meinen, ich habe ja, ich habe ja in meinen YouTube-Videos, dann blende ich Sachen ein, ich erkläre die Methoden, ich mache das alles und dann denke ich schon, ich bilde mir dann schon ein, das hat jetzt was gebracht, weil jetzt haben es Leute wirklich, äh, vielleicht verstanden und vielleicht hat es den einen oder anderen doch überzeugt. In einer Talkshow hast du diesen Raum überhaupt nicht, sondern du kannst dann höchstens sagen, das geht nicht und, was dann auch hinzukommt ist, ich kann sehr schnell irgendwas behaupten, wie zum Beispiel der Impfstoff ist nicht gut genug untersucht, ich muss das jetzt natürlich mit viel mehr setzen, die Banken, na, ich muss ja erklären, warum, dann muss ich mit Statistik ankommen, ich muss dann im Zweifelsfall nochmal das Design so einer klinischen Studie erklären, ich muss erklären, dass es ja sicherlich auch, ne, ich muss erklären, dass der nicht unbedingt 100 Prozent wirkt und, dass es in seltenen Fällen auch Nebenwirkungen oder auch, ne, bei AstraZeneca gab es auch stärkere, aber dann muss man, das darf man ja nicht vergleichen mit nicht impfen, sondern mit sich anstecken und das ist dann viel gefährlicher, also ich könnte jetzt daraus irgendwie so einen 20-Minuten-Vortrag machen, damit ich sicherstelle, dass man es wirklich verstanden hat und das ist, und das ist eben ein, ein, ja, da kann man nicht gewinnen, also auf der, auf der wissenschaftlichen Seite und ich, ich denke nicht, dass das, dass Karl Lauter, ich denke nicht, dass in diesen Talkshows so mit dieser kurzen Redezeit und ich sage dies, der andere sagt das, ich denke kaum, dass irgendjemand seine Meinung ändert nach so einer Sendung. da gebe ich dir, also das glaube ich auch nicht unbedingt, aber für mich selber auch da wieder so nur dieser Blick von, von, nicht Wissenschaftler, aber für mich, selbst auf TikTok sehe ich da manchmal Sachen, die, die total verkürzt sind natürlich und dann denke ich und dann auch bei weit nicht, bei allen Sachen, die ich da sehe, aber dann denke ich dann manchmal, also oder ich sehe es bei dir auf Social Media oder es gibt irgendwas, wo so ein kleines Häppchen hinschmeißt, ja, und dann gibt es aber dann die Möglichkeit, ah ja, okay, manchmal dann eben, okay, da gehe ich tiefer rein, dann höre ich mir vielleicht einen Podcast an und so weiter und so fort, also es ist ja, die ganze Medienwelt basiert ja auf so einer Art Häppchen und wenn ich will, kann ich da noch, kann ich da noch weiter reingehen, bestenfalls, dann gibt es dann den Long Read, da gibt es die Bücher, da gibt es Stunden Podcast und so weiter und so fort, deswegen finde ich das gar nicht, es ist für mich auch nur erstmal ein Einstieg in eine Thematik, wo ich sage, okay, da ist jetzt Sarah Wagenknecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Karl Lauterbach, ich weiß jetzt auch nicht so genau und dann kann ich tiefer gehen, wenn ich das kann oder wenn ich das möchte, also das. Ich stimme dir über allem zu. Aber? Ich möchte einen Vergleich ziehen mit Politik. Ja. Wir gehen weg von der Wissenschaft. Gerne. Es geht um ein politisches Thema. Die Talkshow-Hosts, die wir in Deutschland haben, die sind unglaublich gut darin, Politiker auch zu grillen oder auch notfalls auch zurechtzuweisen, nachzufragen, kritisch nachzuhagen. Wenn ein Politiker eine faktisch falsche Behauptung aufstellt, z.B. wie viel Geld er irgendwo ausgegeben hat oder Sonstiges, dann kommt Anne Will und sagt dir mal, was los ist. Die lässt es so nicht stehen. Ja. Weil es da eine viel größere Kompetenz gibt, auch in den Redaktionen. Ja. Und ich habe mich vor Corona immer beschwert. Ich habe gesagt, es ist viel zu wenig, auch vor allem Naturwissenschaft in diesen Talkshows, obwohl es so viele Themen gibt, wo es eben auch Teil, unbedingt Teil dieser Runde sein müsste. Und warum macht ihr das nie? Und jetzt plötzlich werden Corona in jeder Talkshow mindestens ein Virologe oder ein Epidemiologe. Aber ich finde, man sieht, dass man sich bis 2020 wenig Gedanken über Naturwissenschaften gemacht hat. Denn was interessanterweise halt sehr oft passiert in diesen Talkshows ist, ich komme da an und habe da einen Doktortitel oder einen Professortitel und habe dann die Autorität. Und der Einzige, der mir widerspricht, ist der andere Gast, der geladen wurde. Der hat auch einen Professortitel z.B. oder sonst was oder ist Wissenschaftsjournalist oder irgendwie und die können das dann unter sich ausmachen. Das würde man niemals mit Politikern so lassen. Man würde niemals irgendwie zwei Politiker einladen und die machen das jetzt unter sich aus und ich bin dann da und da und ich stimme dir bei allem grundsätzlich zu oder nicht nur grundsätzlich, ich stimme dir bei allem zu. Und zusätzlich gibt es diese Ebene, die mich nervt in dieser Differenzierung zwischen Fakt und Nicht-Fakt. Also es ist manchmal auch wirklich schwierig zu sagen, also nicht nur manchmal, oft ist es sehr schwer zu sagen, was ist eigentlich wahr? Was ist denn wahr? Das stimme ich zu. Da gehe ich auch gerne auch philosophisch mit. Aber ab und zu ist es doch ziemlich einfach, sehr klar zu sagen, was falsch ist. Und bei politischen Themen sind unsere Redaktionen sehr gut vorbereitet, ausgebildet, das so nicht durchgehen zu lassen. Und bei Wissenschaft ist es halt zu viel. Ich höre jetzt auch so zu wie ein Laie und ich lasse mir jetzt von diesen wissenschaftlichen Autoritäten die Welt erklären und bin gar nicht in der Lage dazu, das einzuordnen. Und das finde ich schade. Das kann ich total verstehen. Und das ist auch, das kenne ich auch bei mir wiederum. Dieses, es gibt etwas, also ich habe es erst gesagt, vier in Chemie, so absolute Niete und nicht studiert, Realschulabschluss, gerade so. Und ich kenne das auch, diese Art von Hörigkeit an manchen Stellen. Das ist mein Arzt, der sagt mir jetzt, das ist so und so oder das ist ein Professor. Es gibt so eine Art akademischen Heiligenschein. Und der kommt auch ganz viel aus der, der kommt auch aus der Wissenschaft. Das ist jetzt nicht nur, da ist auch die Wissenschaft auch viel selbst dran schuld. Also ich habe auch deswegen übrigens, weil ich ja ganz viele Sachen studieren wollte damals, verschiedenste Sachen, habe ich mich erst mal auf Naturwissenschaften auch erst mal eingegrenzt, weil mein Argument für mich selbst war, wenn ich das jetzt nicht studiere, werde ich ja nie wieder etwas mit Naturwissenschaften zu tun haben. Das ist ja unmöglich, sich als Hobby damit zu beschäftigen. Okay, aha. Ist ja irgendwie so, das ist traurig eigentlich. Voll. Es ist schön für mich jetzt zu sehen, dass ich sage, ich kann dazu beitragen, dass man halt nicht das studieren muss, um sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen, dass man sich doch als Hobby damit auseinandersetzen kann. Und das finde ich ganz wichtig, auch für so eine aufgeklärte, moderne Gesellschaft. Und leider ist Wissenschaft oft so ein akademischer, Exklusiv-Club. Und tatsächlich gibt es auch, gerade in den etwas älteren Professorenrängen, eine auch teilweise hartnäckige Meinung, Einstellung, dass ja so eine gewisse Arroganz, dass man sagt, man kann ja auch gar nicht. Also das, was ich hier arbeite, das ist so kompliziert, das kann der gemeine Laie ja gar nicht verstehen. Und die dann so die Nase rümpfen über Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen. Und natürlich tragen solche Sachen auch zu dieser, zu dieser Kluft bei. Ja, dass man sich dann so fühlt, ja. Es gab in der Zeit einen Artikel von Maximilian Probst und Ulrich Schnabel. Und die endeten mit keine Klimawende, ohne Kommunikationswende. Und da haben sie jetzt sozusagen das Thema Klima genommen, aber ich glaube, man kann es ja auch auf das übertragen, was wir jetzt gerade als Thema hatten. Es muss sich irgendwie was in der Kommunikation offensichtlich verändern. Jetzt frage ich jetzt dich, was? Ja, ich hatte, für mich war das auch ein großes Learning die letzten zwei Jahre, auch sehr ernüchternd, weil ich hatte die naive, vielleicht fast schon ignorante Vorstellung, dass wir Menschen einfach Entscheidungen auf einer rationalen Basis treffen. Weil ich mich selbst für sehr rational halte, aber wenn ich genau drüber nachdenke, bin ja auch ich ein Mensch und damit nicht, also Entscheidungsprozesse laufen einfach nicht rational ab. Es gibt sogar Forschung dazu. So. Und das ich dachte zum Beispiel, ich habe es ja wirklich gefeiert, als dann die mRNA im Stau auch so schnell kam. Und da war auch viel Glück dabei, dass ja auch schon Vorarbeit dazu geleistet wurde, aber das war ja wirklich ein Durchbruch, der zur richtigen Zeit kam, sage ich mal. Und ich dachte, ja klar, natürlich, mRNA, irgendwas mit gehen, natürlich hat man da jetzt erstmal Schiss und da muss man ganz viel, ganz gut erklären, das ist klar. Die Leute werden da jetzt nicht unbedingt die Bude einrennen, sondern da sind wir jetzt gefragt als, als Wissenschaftsvermittler, ist ja völlig, machen wir uns nichts vor, das wird jetzt eine Zeit lang dauern und dann, dann haben wir dieses scheiß Virus weggeimpft. Und nicht falsch verstehen, also auch, es geht mir gar nicht darum, dass jetzt eine Impfung dann jetzt zu 100 Prozent, es geht ja nur darum, dass wir alles, was man machen kann, dass man das, dass man das macht. Selbst wenn jetzt die Impfung, egal welche, es gibt ja viele verschiedene Impfungen, die nicht alle zu 100 Prozent eine Krankheit verhindern können, sondern vielleicht verhindert sie nur in Anführungsstrichen, dass du nicht im Krankenhaus landest oder sie verhindert nur in Anführungsstrichen, weiß, was ich, jede, jede zweite Krankheit, dann ist sie ja immer noch besser, als das nicht zu haben. Und ich glaube, der große Trugschluss ist, dass man denkt, wenn ich mich nicht impfen lasse und mich nicht anstecke, dann bin ich ja, dann bin ich ja fein raus, aber man wird sich ja anstecken, das ist ja das Problem. Und da dachte ich so, wenn man das erst mal verstanden hat, dass ich nicht wähle zwischen impfen oder nicht impfen, sondern dass ich mich am Ende entscheiden muss zwischen ich begegne geimpft diesem Virus oder ich begegne ihm ungeimpft. Das sind die zwei Alternativen. Natürlich entscheide ich mich dann für die Impfung. Ist doch ganz logisch. Das wird doch am Ende, wird es vielleicht ein paar hartnäckige, richtig, also Menschen geben, die das partout nicht wollen, aber jetzt schauen wir mal auf andere Impfungen, Impflücken wie Masern. Da sind diese ganz knallharten Impfgegner auch nur so im niedrigen, einstelligen Prozentbereich und alle anderen haben irgendwie andere Gründe, warum sie es nicht geimpft sind, haben es vergessen, wissen nicht, wo der Impfpass ist und so. Und ich dachte wirklich, ist doch ganz einfach und das ist aber, dass die Vernunft auch ihre Grenzen hat und meine Arbeit damit auch, das muss sich jetzt tatsächlich bitter lernen. Lass uns einmal aber das nochmal größer ziehen und vielleicht auch weg von Corona und Impfungen im Speziellen wegnehmen, um wirklich zu sagen, okay, wenn diese, also wir werden ja noch weitere, sag ich mal, Herausforderungen in nächster Zeit haben, die kommuniziert werden müssen zwischen Wissenschaft und dem gemeinen Volk. Und wohin muss sich eben die Kommunikation hinwenden, damit wir sowas wie die Klimawende betreten können, dass die überhaupt stattfinden kann, wenn, wie gesagt, die Zeit schreibt und wie keine Klimawende ohne Kommunikationswende. Also was muss sich wenden? Also in meinen Augen ist die größte Wende muss systematisch passieren, weil man kann jetzt viel schreiben, sich Gedanken machen, was können wir alle als Kommunikatoren, Journalisten irgendwie anders machen, was können wir als User von sozialen Netzwerken anders machen, zum Beispiel lieber, lieber ignorieren als retweeten oder so. Das kann man alles sagen, aber das finde ich irgendwie, dass da bekämpft man Symptome und wird am Ende auch nicht besonders erfolgreich sein in meinen Augen, solange man das System nicht angeht, also die Wurzel. Und die Wurzel ist, wo findet unsere ganze Kommunikation statt? Wo informieren wir uns? Auf entweder sozialen Medien oder auf Plattformen, die ähnlich wie sozialen Medien entweder ganz oder teilweise werbefinanziert sind. Und Werbefinanzierung bedeutet, das, was am meisten geklickt, geteilt wird, gibt am meisten Geld. Und in so einem Anreizsystem kann sich vielleicht auch mal ein MyLab-Video durchsetzen. Also ich will mich nicht beschweren über meine Reichweite. Aber es wird immer einfacher sein für Empörungen, für Zuspitzungen, für Schwarz-Weiß-Malrein, für Desinformationen, die einfach emotional aufwühlen, weil Emotionen uns einfach mehr dazu veranlassen, auch zu interagieren und so weiter, als die korrekte Information, differenzierte Auslegungen und so weiter und so fort. Und das ist systemisch. Und ich finde es ein bisschen mühselig über, das ist ganz analog zu der Klimadiskussion, wo wir sagen, was kann ich als eins, wo kann ich jetzt noch Plastik sparen? Und das funktioniert ja eigentlich nicht wirklich, weil ich kann jetzt Plastik sparen, ich kann jetzt auf Flüge verzichten, irgendjemand da draußen wird das kompensieren, indem die Person umso mehr fliegt und umso mehr Plastik. Also alles meine Bemühungen werden quasi wettgemacht. Wirklich funktionieren tut das nur, wenn wir alle eigentlich sparen oder alle unser Verhalten ändern. Und das geht eigentlich nur durch systemische Anreize. Also zum Beispiel einen CO2-Preis. Wenn ich sage, wir müssen das System so gestalten, dass klimafreundliches Verhalten belohnt wird, müssten wir halt genauso ein Mediensystem gestalten, wo wir sagen, wo gute Informationen, verlässliche Informationen, wo differenzierter Diskurs und konstruktiver Diskurs belohnt wird. Und das haben wir nicht. Und wir können zwar alle, jeder für sich sagen, ich ändere jetzt Folgendes an meinem Kommunikationsstil, aber am Ende finden wir auf Plattformen statt, die kapitalistisch funktionieren und damit immer Zuspitzung, Populismus und oft leider auch Desinformation fördern werden. Und ich glaube, da müssen wir anfangen. Was würdest du dann jetzt, bin ich wechsle ich plötzlich auch wieder mein Äußeres und ich bin jetzt plötzlich Mark Zuckerberg und du hast einen Wunsch frei. Was würdest du das dann sagen? Was würdest du sagen, Mark, du musst Folgendes tun, bitte? Ja, ich würde mir auf jeden Fall erst mal sehr naiv vorkommen, weil ich nicht denke, dass du Mark Zuckerberg. Also ich glaube, er zeigt ja durch seine Geschäftsentscheidungen sehr deutlich, was ihm wichtig ist und wo seine Prioritäten liegen. Nein, heute ist dein Tag, sage ich. Heute ist dein Tag. Ja, ehrlich gesagt, ich würde sagen, ich müsste leider sagen, dass ich jetzt selber nicht genau weiß, lieber Mark, was du machen kannst. Denn du hast hier eine Plattform erschaffen, die natürlich auch auf künstlicher Intelligenz beruht. und insofern auch ein Selbstläufer ist. Also man müsste jetzt irgendwie die Algorithmen ganz neu programmieren. Natürlich wüsste ich jetzt auch nicht, wie du deine Plattform dann sinnvoll finanzieren kannst. Also es ist so, ich habe jetzt nicht, ich sehe die Probleme sehr klar vor mir. Und was mir ein bisschen Sorge macht, dass ich im Gegensatz zur Klimakrise, da könnte ich dir jetzt auch wieder einen 20-Minuten-Vortrag aus dem Stehgreif halten, was wir da alles machen müssen und können. Da habe ich nicht so viele konkrete Vorschläge, weil ich das unglaublich schwierig finde, weil du bist da ganz schnell an die, an, du bist dann ganz schnell an dem Punkt, wo zum Beispiel Mark Zuckerberg dann darüber entscheiden müsste oder irgendeine Redaktion oder irgendein Algorithmus entscheiden müsste, was ist jetzt eigentlich eine verlässliche Information und was nicht. ist ja auch total absurd. Ja. Also deswegen diese Forderung zum Beispiel an die sozialen Netzwerke doch mehr gegen Desinformation zu machen, das finde ich auch so ein bisschen kurz gedacht. Weißt du, wie denn eigentlich? Wie, genau. Wem wollen wir das denn anvertrauen? Wer ist die Person? Wer ist der Christian Drosten? Genau, nee, ich denke da manchmal an, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft innerhalb der Forschung? Weil wie funktioniert das da eigentlich, dass sich nicht irgendwie die schlechtesten Ergebnisse durchsetzen? Da ist es eben so, dass halt am Ende einfach gute Arbeit wird belohnt, weil, naja, weil meine Karriere eben darauf beruht, irgendwie, ja, Erkenntnisse zu generieren, auf die dann viele andere aufbauen, die dann irgendwie was in Bewegung sitzt und wenn da jetzt irgendwas Falsches dran wäre, dann wird es halt, nicht, dass das nicht schon mal passiert ist, aber das wird dann früher oder später dann irgendwann auffliegen, ja, im Normalfall. Das heißt, das System ist in sich so gestrickt, dass halt gute Arbeit belohnt wird und diese intrinsische Belohnung und diese Anreise, die sehe ich entsprechend nicht in den Medien. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den anderen Medien? Also ist das ein Fall gemeint? Ja, auch, also es ist vielleicht ein bisschen abgeschwächt, weil andere Medien doch doch ein bisschen mehr redaktionell gestalten können, ihre Webseiten und so weiter, aber es ist natürlich schon so, dass auch jeder, der halt auch nur zum Teil werbefinanziert ist, natürlich den Anreiz hat, je mehr klickst, desto mehr Geld. Das ist ein Anreiz, der eben in Konflikt stehen kann mit guter journalistischer Arbeit und dann, das Schöne ist ja, dass dann trotzdem ganz viele Menschen, also ganz viele, ganz gewissenhaft, gute journalistische Arbeit machen. Ja. Und die dann, und dann auch mit Preisen ausgezeichnet werden und so, aber dann denke ich immer so, das kann doch nicht sein, dass dann, ne, irgendwie, es in meiner Verantwortung liegt, gegen jetzt die finanziellen Anreize, also denen zu widerstehen, nur um meiner Überzeugung nachzugehen. Ich habe ja auch gleich, ich bin ja öffentlich-rechtlich finanziert, also, das heißt, ich habe ja dieses Problem insofern nicht, aber, ja, es ist, es ist kompliziert, es ist einer, auch einer meiner großen Sorgen, wenn ich jetzt an die Zukunft unserer Kinder denke, es ist nicht nur Klimakrise und Artensterben, es ist tatsächlich auch, ähm, was machen, was macht das Internet erstens mit, mit der Wahrheit, der Wirklichkeit, ich mag ja das Wort Wirklichkeit lieber, als Wahrheit, was, was, was passiert, wenn wir irgendwann wirklich nicht mehr sagen können, was ist eine echte Information und was nicht und was macht es auch mit uns zwischenmenschlich? Also, ähm, wie sehr kann unsere Empathiefähigkeit noch strapaziert werden? Also, wie lange wollen wir noch normalisieren? Wollen wir irgendwie Hass im Internet normalisieren, weil es ja nur das Internet sei und mach doch dein Handy aus oder klapp doch den Laptop zu. Also, das macht mir schon, schon Sorgen und die Wurzel des, des Problems liegt eben in diesen, ja, meiner Meinung nach, in diesen kapitalistischen Anreizsystemen. In welchen Bereichen in deinem Leben spielt Wissenschaft keine Rolle? In allem Emotionalen, also in der Liebe zu den Menschen, also zu meiner Familie oder Freunden. Das ist natürlich, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, da bin ich, kann ich jetzt irgendwie jede Logik ausschalten oder so. aber, ähm, ja, ich, ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich als Wissenschaftlerin ja die Grenzen der Wissenschaft teilweise, ähm, besser kenne oder mir deren besser bewusst bin als manche Laien, äh, gebe ich ja auch nicht so viel auf Wissenschaft in vielen Bereichen, ne? Also, zum Beispiel wurde ich oft gefragt, ob ich denn nicht schon alle, weiß ich nicht, mich Erziehungsstudien und so durchgelesen habe, um zu gucken, ähm, wie ich jetzt mein Kind am besten erziehe. Und natürlich habe ich erst mal, erst mal reingelesen, aber natürlich auch sehr schnell festgestellt, ja, methodisch ist das nix, ne? Also, es ist super spannend, kann man sich akademisch mal mit befassen, aber hat eigentlich gar keine Relevanz für meinen praktischen Alltag, weil am Ende kann ich halt, um jetzt zu, um jetzt zu nachzuvollziehen, ob jetzt irgendeine Erziehungsmethode wirklich besser ist als eine andere, müsste ich eine kontrollierte Studie machen. Da müsste ich irgendwie zwei möglichst große Gruppen von Kindern nehmen und die irgendwie über eine Langzeitstudie beobachten. Das funktioniert, das macht man natürlich nicht, das geht ja gar nicht. Und, ähm, deswegen, muss man sich auch nicht verrückt machen und dann am besten die Kinder einfach so erziehen, wie man denkt. Also, das machst du nach dem Bauch? Oder ihr? Ja, Bauch, Bauch und gesunder Menschenverstand, würde ich mal sagen, ja. Was sagst du als Wissenschaftlerin über Intuition? Ja, du hast gesagt, du bist dir nicht ganz sicher, ob du Wissenschaftlerin bist, aber du, ja doch, für mich jetzt gerade. Was sagst du über Intuition? Intuition ist für mich Erfahrung. Ich glaube nicht an irgend sowas, irgendwie ein Gefühl, ein Bauchgefühl, das aus dem Nichts kommt und dann irgendwie auf übernatürlicher Weise etwas vorausahnt. Intuition, das, was man Intuition nennt, ist halt für mich vor allem Erfahrung und auch viele, wir nehmen ja ganz viele Reize, also, ganz viel unserer Umwelt nehmen wir ja gar nicht bewusst wahr. Ja. Aber im Gehirn kommen ganz viele Informationen an, die ich jetzt mit meinem rationalen, langsamen Denken jetzt so nicht verarbeite, aber die trotzdem verarbeitet werden, ohne dass ich es mitbekomme. Und durch solche Informationen kann ich natürlich auch sowas wie ein Gefühl entwickeln, was gleich passiert. Ja. Und das ist für mich Intuition, ja. Du hast mal gesagt, ich glaube nicht an Schicksal oder Glück, aber ich bin ein ziemlicher Glückspilz. Wie bist du dann dahin gekommen, wo du jetzt bist, wenn das nicht Glück war? Ja, ich bin sehr privilegiert. Also, ich bin dank meiner Eltern einfach sehr privilegiert aufgewachsen, hatte also jetzt so soziodemografisch beste Voraussetzungen. Also, meine Eltern haben viel verzichtet, damit, ja, meinem Bruder mir nichts fehlt und ich bin halt aufs Gymnasium gegangen und habe dann studiert und so weiter. Also, durfte eine hohe Bildung genießen und so. Und dann gibt es einfach natürlich zusätzlich Dinge, die rein zufällig passieren in unserem Leben. Ja, wie zum Beispiel, dass ich zufälligerweise die Doktorarbeit abgegeben habe, kurz bevor Funk startete. Also, das Online-Netzwerk von A, den ZDF, und wenn das nicht passiert wäre, wenn sich das noch mehr überlappt hätte, hätte ich das nie gemacht, weil für mich ganz klar war, die Doktorarbeit geht vor. Oder reiner Zufall, dass Melanie Gart vom SWR, liebe Grüße, mich irgendwie gefunden hat, als ich, lass mich lügen, vielleicht so 2000 Abonnenten hatte auf meinem Hobby-Privat-YouTube-Kanal. Schön schlau war das, ne? Nee, nee, das Schön schlau war schon der erste. Achso, aber schon. Das Schön schlau war jetzt, also so fing MyLab an, wurde irgendwann umbenannt und hat sich halt auch entsprechend weiterentwickelt. Aber davor hatte ich, es gibt einen zweiten Kanal von mir, der heißt The Secret Life of Scientists, also das Geheimleben der Wissenschaftler. Den kenne ich auch. Das hatte ich als Hobby einfach, neben der Doktorarbeit. Und irgendwie hat Melanie das gesehen und mich angesprochen und ich glaube, das war eine der, natürlich eine recht von vielen Zufällen geprägte, aber eine der wichtigsten, wichtigsten beruflichen Beziehungen, die ich habe und hatte. Von sie wäre ich vielleicht gar nicht mehr in den Medien. Vielleicht wäre ich jetzt schon wieder, ich bin wieder in eine Chemiewelt, in eine Chemiewelt zurückgekehrt. Aber warum kannst du nicht an Glück glauben? Was heißt für dich an Glück glauben? Du hast ja gesagt, ich glaube nicht an ein Schicksal oder Glück. Ich glaube nicht, dass irgendwas vorbestimmt ist. Also das heißt Schicksal. Ja, das heißt Schicksal. Genau, das sehe ich auch so. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ich wahnsinnig viel Glück gehabt habe. In ganz, ganz vielen Situationen in meinem Leben habe ich unendliches Glück gehabt, würde ich sagen. Und ich glaube, ich hatte wahnsinniges Glück, die richtige Person zu finden, mit der ich jetzt verheiratet bin. Ich glaube, ich habe wahnsinnig Glück gehabt, dass ich irgendwann mal amerikanische Podcasts gehört habe und gedacht habe, Mensch, das könnte man doch, also das ist irgendwie Glück, das ist ein glücklicher Zufall. Ein glücklicher Zufall. Ein glücklicher Zufall. Und ich hatte auch Glück, als ich neulich über die Straße gegangen bin und kein Auto gekommen ist, was mich überrollt hat. Ja, aber jetzt ist die Frage, ist es für dich ein glücklicher Zufall? Das heißt rein zufällig, hat keine besondere Bedeutung insofern. Oder würdest du sagen, ich bin irgendjemand, der hat viel Glück. Also das ist so ein bisschen, steht in meinen, also ich will nicht sagen Sternen, also immer so mehr oder weniger in den Sternen oder das ist eine Art System oder ein Ding meines Lebens. Oder ist es wirklich nur Zufall, dass dann rein zufällig und damit auch kein bedeutungslos ist. Natürlich nicht bedeutungslos im Sinne von, das hat dein Leben natürlich jetzt weh, aber ich meine, das ist für mich, wenn ich an Glück glaube, dass ich dann sage, es gibt sowas wie, ja, ich bin jetzt ein Glückspilz, das heißt, ich habe immer Glück. An sowas glaube ich nicht, sondern ich glaube halt an sowas wie Ausgangssituation, Privilegien und so weiter und an reine Zufälle. Mhm. Ja. Ja, also ich glaube an, ich glaube das auch und ich glaube an sozusagen noch die, die sozusagen, wenn ich sozusagen koche, mein Leben gekocht habe, dann weiß ich, dass in meinem Kochbuch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Glück dabei ist. Und deswegen bin ich da über diesen Satz gestolpert, weil ich, weil die meisten Menschen, die ich zumindest irgendwie hier getroffen habe, auch das sind immer wieder auch, ob das große Unternehmer teilweise waren oder Unternehmerinnen, das sind immer so, naja und ich muss schon zugeben, klar, harte Arbeit und da, 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 aber eine ganz, immer, natürlich, viel Glück. Selbstverständlich, hinter jedem Erfolg steckt beide, also ich kann man wahrscheinlich so pauschalisieren, ganz viel harte Arbeit, das ist bei mir auch auf jeden Fall so und auf jeden Fall Glück, also niemand kann sich ein, darf sich einbilden, sollte sich einreden, dass man das, dass man, dass harte Arbeit alles ist, ne, sondern es ist natürlich immer Zufall und natürlich auch gewisse Privilegien bei vielen, ne, also es gibt natürlich immer diese, wo bin ich geboren, alles. Rags-to-riches-Stories gibt's dann immer mal wieder, aber am Ende sagt die Statistik ja doch was anderes, nämlich, ja, dass der Bildungsgrad zum Beispiel hoch mit Erfolg korreliert und so weiter und so fort, ne, also das muss man sich auch einfach, dessen muss man sich bewusst sein, ja. Ich hätte noch schnelle Fragen fürs Ende, wenn du, also drei schnelle Fragen, aber eine Frage muss ich davor noch einschieben, ob du jemals einen religiösen Moment gehabt hast? Ja, also, ich war als Jugendliche eine extreme, stolze Atheistin und, ich hatte aber trotzdem Rallye-Unterricht, weil mir die Rallye-Lehrerin sehr gefahren, also weil ich die Rallye-Lehrerin cooler fand als unseren Ethiklehrer und wir hatten dann eine, in einer Unterrichtstunde sollte, haben wir so an der, an so einer Flipchart gesammelt, was bedeutet Gott eigentlich für euch und dann haben wir halt so Sachen drauf, Liebe, Gerechtigkeit, bla, bla, bla. und dann hat irgendjemand gesagt aus der Klasse, sie kann sich nicht vorstellen, wie jemand nicht an Gott glauben kann. Ja. Und ich dachte im ersten Moment so, hä, wie? Wie kann man sich das nicht vorstellen? Das ist doch ganz einfach. Es gibt keinen Gott. Und dann habe ich aber verstanden, was sie meinte. Sie meinte, sie hat auf diese Tafel geblickt, hat an Liebe und Gerechtigkeit und so weiter gesehen, hat gesagt, wie kann man daran nicht glauben? Mhm. Und da ist mir so ein erstes Licht aufgegangen, so quasi meinen eigenen kleinen Horizont, wo ich sagte, ach so, ja, vielleicht darf man es auch nicht so wörtlich nehmen. Das heißt, mir war klar, Religion im Sinne von das, was in der Bibel steht, das werde ich nie so in dem Sinne glauben können. Dafür bin ich natürlich zu rational oder zu, aber dass man an sowas glaubt, wie Gerechtigkeit oder Liebe, ich glaube, da gehe ich vielleicht auch schon ziemlich mit, auch wenn ich das nicht so gut artikulieren kann. Und einen Aha-Moment hatte ich auch, wir waren ich habe eine Zeit lang in Boston gelebt, also in den USA und dann, genau, und wir waren einmal, war ich mit meinem Mann damals, Freund, über Weihnachten auf Puerto Rico. Das ist, weil das quasi die Küste runter dann gar nicht mehr so eine lange Reise ist. Und wir waren einfach so aus Spaß an Weihnachten in so einer Messe. Und ich hatte so einen Moment, der mich richtig bewegt hat, weil es so schön war, weil ich gedacht habe, weil ich all diese Rituale, die ich jetzt auch noch nicht so oft, ich bin ja nicht oft in der Kirche, aber das Händeschütteln und so weiter, dann auf einem, so weit weg irgendwie von Deutschland, dass ich da alles wiedererkannt habe. Und man muss auch dazu sagen, das war auch sehr schön dort, weil die Leute so ein bisschen lockerer waren es in Deutschland. Sie haben sich, da standen die Familien und haben sich gekuschelt. Und das war einfach so eine insgesamt ein bisschen ausgelassenere Stimmung. Und das hat mich hier richtig bewegt, weil ich auch zum ersten Mal verstanden habe, was das bedeutet, so eine globale Religion zu haben, jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt Christentum ist oder was anderes, weil wir das auch, ich habe richtig verstanden, wie das vereinen kann, dass jetzt alle irgendwie auf der Welt den gleichen Handschlag machen bei irgendeinem bestimmten Kio. Ich kenne mich jetzt da nicht so genau aus, aber also vieles ist auch seltsam bei so Gottesdiensten. Aber das waren so meine zwei Aha-Momente, die ich jetzt bezüglich Glauben hatte. Aber ich glaube, so richtig religiös mit den ganzen, weiß ich nicht, ja, ich glaube, dazu bin ich zu rational, ja. Vielen, vielen Dank für die Beantwortung. Hat mich interessiert. Und jetzt komme ich versprochenerweise zu den letzten drei schnellen Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Also du meinst mit kann wahrscheinlich, also was ja nicht zählt ist, ich lerne natürlich jeden Tag, also ich lese natürlich jeden Tag Dinge, die ich nicht weiß, weil viele denken ja irgendwie, lustigerweise, ich würde irgendwie alles wissen, ich lerne, ich lerne nur sehr viel. Ja, vor der Pandemie hatte ich dir, da haben wir ja lange drüber gesprochen, ich hatte dir gesagt, ich versuche, ich lerne Nein zu sagen. Aber das kann ich ja jetzt ganz gut. Ganz gut, ja. Wenn dir nichts einfällt, ist es okay. Also dann gehe ich weiter. Ja, ich, also wie gesagt, ich lerne, ich lerne natürlich ganz viele neue, neue Dinge. Also der, was viele nicht realisieren, dass der, der größte Teil meiner Arbeit aus, aus Lernen besteht. geht, aber ansonsten, ich glaube einfach, dass ich, ne, es gibt natürlich so Sachen, die ich gerne mal lernen würde. Dazu gehört Wind, also Wellenreiten. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich bin da sehr schlecht drin, ich würde das so gerne mal machen, aber es gibt irgendwie nichts, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt irgendwie noch lernen, um ein erwachsener Mensch oder ein vollständiger Mensch zu sein. Das ist alles Luxus, sage ich mal, Add-on, Bonus. Gut, dann kommt die nächste Frage. Welches Buch würdest du mir und allen, die hier zugehört haben, nach diesem Gespräch zum Weiterlesen empfehlen? Also natürlich, abgesehen von meinen Büchern, was mich jetzt, Was dich bewegt hat, in irgendeiner Form. Ja, was mich jetzt viel zum Nachdenken gebracht hat, jetzt innerhalb des letzten Jahres, war Erzählen der Affen. Vor allem möchte ich das allen Menschen empfehlen, die sie, so wie ich, sich eher so in der Wissenschaft verorten oder als sehr rationale Menschen sehen. Für mich war das einfach so die Zusatzerhellung zu meiner persönlichen Erfahrung der letzten zwei Jahre, dass man sagt, die, unsere Erzählungen, die Geschichten, die Narrative, also, ihr der Erzählende, also, dass wir Menschen eigentlich, dass es uns Menschen macht, dass Geschichten erzählen sind, dass wir eigentlich erzählende Affen sind. Das ist, glaube ich, so, war so eine große Aha, ein Aha-Moment für mich und meine Arbeit, um auch zu verstehen, dass ja Fakten, logisches Denken, ist ja alles schön und gut, aber am Ende brauchst du, mache ich manchmal vielleicht auch unbewusst, habe ich ja oft gemacht, dass ich unbewusst auch ein Narrativ hatte oder eine Geschichte erzählt habe, aber das ist es, wie man bei Menschen ankommt und, ja, sehr gutes Buch, sehr erhellend. Das ist von Friedemann Karek und Samira El-Wazil, oder? Genau. Ja, ja. Und dann die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle drauf zu lesen sein würde. Was würdest du draufschreiben? Ich glaube, ich würde gerade am Alexanderplatz ein schönes Bild vom Kosmos oder so dahin tun und dann, ich würde dann noch am Wording arbeiten, habe irgend so was hinschreiben wie, du rast gerade auf einer kleinen Kugel durch unendliche Weiten des Alls, atme mal durch. Das ist doch wunderschön. Sowas gehört an den Alexanderplatz. Den nehmen wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du Ja gesagt hast, obwohl du so oft Nein sagst und das fand ich eine sehr, sehr tolle Zeit, die wir hier zusammen hatten und ich freue mich, wenn wir irgendwann mal eine zweite Runde hatten, weil ich habe hier noch ganz viel, woran erkennt man gute Studien und alles Mögliche, aber vielleicht gibt es irgendwann mal eine zweite Runde. Also vielen, vielen Dank fürs Ja sagen. Sehr gerne. Danke für das schöne Gespräch. Danke, danke. Das war Maiti Nguyen Kim. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Endlich war sie da, muss man sagen, denn ihr habt euch Maiti schon ganz oft gewünscht und ich mir auch und jetzt hat es endlich geklappt. Mir ist vor allem hängen geblieben, dass man sich bei wissenschaftlichen Headlines, bei Artikeln, bei Studien immer auch mit der Methode auseinandersetzen muss, damit man das Ergebnis auch wirklich einschätzen kann, ob das wirklich was taugt. Das ist gar nicht so einfach, denn woran erkennt man als Laie, was eine richtige Methode ist, gerade wenn man nicht in der Uni war, wie ich zum Beispiel. Maitis Buch, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, schult schon mal gut darin, aber ich glaube, ich muss mich darin noch mal ein bisschen vertiefen. Vielleicht mache ich das in einer zweiten Runde mit Maiti noch mal. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr Wissen. Wie geht es euch damit? Geht es euch da ähnlich? Schreibt mir gern, schiebt mir gern Fotos, wo ihr und wann ihr diese Folge gehört habt und was euch hängen geblieben ist und was ihr euch vielleicht nach dieser Folge so fragt. Entweder auf Instagram oder utematze.atmitvergnügen.com Vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch an Lena Rochol für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich habe schon gesagt, ich war nie in einer Uni, aber habe jetzt ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Akademie meines Lebens. Und darin versammle ich die Erkenntnisse aus den letzten 100 Folgen Ute Mats. Ich habe mich am Anfang des Jahres zurückgezogen, habe mir viele, viele Folgen nochmal angehört und habe mir die rausgesucht, die für mich den größten Erkenntnisgewinn, die neueste Perspektive mitgebracht haben. Und die versammle ich jetzt im Buch Die Akademie meines Lebens. Das Buch kommt am 29.09. raus und ich freue mich sehr, wenn ihr da mal reinlest und natürlich noch mehr, wenn ihr es kauft. Die Akademie meines Lebens ab dem 29.09. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt hören wir uns wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze. Bis dahin,